Okay, wie geht das? Wie geht das? Lass noch warten, bis Storax drauf ist. Ist so. Wow, God Mode. Wie viele? Falsches Passwort. Hast du wie viele Traitor eingestellt? Ich habe ein Verhältnis 0,3. Also es müssten 2 sein noch bei 8. Bei 9 wären es tatsächlich 3 geworden. Aber ich glaube... So ist es ein 2. Ich weiß nicht, ob das Verhältnis gut ist. Ich habe mir gedacht, bei 8 sind es vielleicht schon 3 zu viel. Ich bin ein Delfin. Müssen wir mal. Ich kann das hier aber ganz gut unternehmen. Ich glaube, es dauert eine Minute. Dann kann ich das mal anstellen. Ja, vielleicht sowieso eine kleine Aufwärmung. Ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Aber grundsätzlich ist es so, einer versucht, die anderen zu töten, ohne gesehen zu werden. Richtig, genau. Ja, genau. Also, es sind 2 Leute Traitor in dieser Konstellation. Das sind die Bösen. Und die haben halt beispielsweise mit C noch extra Gadgets. Und ich weiß nicht, was ich alles reingemacht habe. Ich glaube, Fakeleiche und sowas und etc. Gibt es auch einen Detektiv? Ja, Jen ist jetzt hier Detektiv, ne? Ich bin tot. Ja, ja, aber du bist blau in der Leiste. Deswegen habe ich, glaube ich, warst du Detektiv. Verstandest du, hattest du unten was blau? Keine Ahnung. Ich bin einfach gestorben. Irgendjemand habe ich getötet. Ah, okay, gut. Ja, und auf jeden Fall muss man dann halt lügen und versuchen, sich selbst als innocent auszugeben und dafür zu sorgen, dass man langsam aber sicher alle Innocents vom Spiel, also aus dem Spiel nimmt und dann mit seinem Partner, oder gegebenenfalls alleine, wenn er gestorben ist, schon zu gewinnen und zu überleben. Nur eine Frage. Ja? Man hat Waffen. Ja, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, nenne ich, der Böse bin, kann ich nicht einfach alle erschießen? Könntest du auch. Und du wirst dann ja auch erschossen. Also die Innocents wollen ja die Täter töten. Und wenn ich besser treffe, dann sind wir am Arsch. Ja. Aber sind wir dauerhaft am Talken im TS? Das ist doch dann... Eigentlich machen wir das im Game. Aber warte mal, du verlierst ja Punkte. Also wenn du jetzt einfach als innocent alle wegschießt, dann verlierst du ja Kammerpunkte. Genau. Also ich kenne das auch nur im TS. Ich kenne das nicht in Game tatsächlich. Aber dann kannst du ja sagen, ah, der ist es, der läuft mir hinterher, ah. Ja, aber der kann ja auch lügen. Naja. Oder du kannst halt doch scheiße labern. Also du kannst ja auch da ein bisschen reinfegen, wenn ich dann so, oh, Asta, ähm. Und dann höre ich einfach auf zu reden, aber kann vielleicht noch weiterschwimmen, weil ich vielleicht der Täter bin. So, und dann denken viele vielleicht, oh, Asta, müssen wir aufpassen. So, also es ist halt Mindset, Mindgame so. Okay. Ja, irgendwie Among Us nur halt mit Waffen und ohne Aufgaben. Genau. Ja, und das war halt die Bösen, also die Traitor mit 10 noch extra Sachen haben. Es ist immer eine Sache, wie man, was man reingemacht hat. Ich habe halt so gut wie möglich versucht, den Standard-Stuff reinzuballern. Und, äh, mal sehen. Okay, und sobald wir tot sind, sagen wir einfach nichts mehr. Nö, nö, genau. Okay, dann lass uns Teamspeak alle minimieren. Ja. Wieso minimieren? Damit du nicht siehst, äh, wer gestorben ist. Also, damit du halt, wenn sich jemand mutet, ne, genau. Ja, okay. Ja, dann lass mal gucken, ob es so funktioniert. Ja, ich hoffe mal. Aber das war... Habt ihr alle noch nicht gespielt? Nee, noch nie. Ich auch noch nicht. Aber so hat es immer schon Spaß gemacht und sowas halt auch nice. Ja. Mal gucken, ob ich das gecheckt habe. Jetzt gibt es halt so eine, so eine Anfangsphase und nach 25 Sekunden wird jetzt entschieden, welche Rolle sie geteilt bekommen. Oh! Leute, die sind in Tokio. Ja, cool, cool. Waffen ablegen und eh ist neu... Nee, du, einfach drüber laufen. Genau. Und eh kannst du mal die Türen öffnen und so. Und die Traitor haben noch bestimmte Traitor-Fallen, die sie aktivieren können. Das wird auf der Map euch dann angezeigt. Mit so einem Maus-Klick-Zeichen. Ich hab noch so ein altes Spray hier drin, so ein Polizist, der kokst. Na gut. Und falls ich jetzt... Okay, also bei mir sind jetzt Traitor. Was heißt das? Dann bist du jetzt der Böse. Mein Gott, wieso sagst du das denn? Er labert das Scheiße, Mann. Er labert das... Ja, okay. Wir lügen schon, stimmt. Wir haben wirklich einen Sheriff. Wo ist der Sheriff? Man sieht das richtig. Du hast eine richtige Uniform an. Einfach weglaufen? Also ich weiß nicht, ich bin ja interessant, deswegen weiß ich jetzt nicht, was da stand. Aber ich glaube sogar, dass die Traitor... Ich hab's so lange nicht mehr gespielt. Dass die Traitor dann am Anfang mitbekommen, wer auch der Kumpel ist. Also der Maid. Ja, okay. Und was muss der Sheriff machen? Äh, du kannst auch kaufen, tatsächlich. Wenn du das eingestellt hast, Asta. Ja. Ich will ja nicht alleine sein. Dann lässt du mir ja nicht alleine sein. Ich hab Angst, dass meine Mögen schießt. Ich kann zum Beispiel rausfinden, ob man alleine sein Rechter. Oh, ist jemand abgeknallt worden, irgendwo? Echt, ich hab nichts gehört. Woher weißt du? Ich hab's gehört und ich hab gehört, dass jemand... Ach so, das hört man über die ganze Map sogar? Nee, das kommt drauf aus. Ah, Alter. Hallo. Ich glaube, ich hab hier einen Traitor gefunden. Wo? Wo bist'n du? Oho, wer? Ja, ich hab Asta gefunden. Du bist ein Toter. Ich hab ihn... Oh, Fucky ist gut, nein. Oh, Fucky ist gut. Ganz kurz, das ist noch ein wichtiges Detail. Ihr könnt die Leichen dann immer identifizieren. Also ihr könnt dann... Ich wurde gerade angeschaut. Okay, ich hab beide Traitor getötet. Die scheinen. Okay. Ja, wir müssen ja immer, wir sind alle reinkommen, ne? Ja, ja. Also ihr könnt dann immer an die Buddies ran und die dann so identifizieren. Dann wird halt für alle revealed, ob das jetzt ein Traitor war oder nicht. Warum hast du nach 10 Stüßen nicht gestorben? Ich hab noch 4 HP. Was ist das? Ist das eine Fackel in der Hand oder was ist das? Das ist ein Schlagstock. Magnetostick steht da dran. Ich glaube, damit kannst du Sachen bewegen und so. Aber wenn ich zum Beispiel Messer in der Hand hab, dann sieht man doch, dass ich's bin, oder? Ja, weil das ist ne Traitor-Waffe. Du hast dir instant ne Traitor-Waffe gekauft. Die Traitor-Waffe kann keiner haben. Und wenn du zum Beispiel random rumstehst, dann kann man auch davon ausgehen, dass du gerade in dem Traitor-Shop bist. Ja, ja. Weißt du? Wie geht der Shop nochmal auf? Mit C. Und, klappt's bei dir? Hallo. Nee, klappt leider nicht, weil ich interessant bin. Aha. Achso, ist das so, ja? Mhm. Na gut. Wir sind hier alle ziemlich verrichtig. Auf einer Stelle. Wie kann man den Waffen denn mal wegschmeißen? Ey, mit Kuh. Der wird durch die ganze Zeit gehen. Ja, aber ich auch. Da wurde schon wieder jemand angebummst. Wer war das? Habt ihr full life? Ey, ey. Ey. Okay. Was ist los? Wer war das? Kerry und was? Ja, hier unten schießt einer. Oh, hier ist der Tod in der Kasse. Der liegt da. Warum ist die Leiche nicht identisch? Ich, 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 weil Kairan bestimmt der Töter ist. Puky, Puky. Äh. Puky ist es. Doch, doch, doch. Puky. Was ist los? Otto. Puky. 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 Was macht ihr hier? Ich hab auch so den Puky gekillt. Oh Gott. Ich dachte auch. Aber vielleicht willst du's. Seid ihrs? Ich vertraue ihm nicht. Ich glaube erst. Ey. Hier, fällig. Oh. Fällig das. Los. Komm. Komm her. Ja, komm. Ja, Mann. Ha. Oh. Ich bin Detektiv. Ey, ich hab ne Maus-Sense von eigentlich. Kann ich das einstellen? Müsste eigentlich gehen, ja. Müsste eigentlich gehen, ja. Müsste gehen eigentlich über die Einschlagen. Ja, klar. Aber wie komm ich in die Settings? Unten zum Menü unten links zurück und dann unter... Ja, aber dann flieg ich raus, oder? Nee, nee. 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 Preparing. Sprinten kann man nicht, ne? Was? Was kann man? Sprinten. Nee. Nee, nee. Das ist normales Glauben. Hilfe. Hilfe. Hä? Äh. Äh. Nee. Okay, aber ich hab das Prinzip verstanden. Ja, genau. Dann wird hier noch zu wenig gelogen. Fuki kauft ein. Ja, ja. Also, man spielt eigentlich nicht so... Kauf entspannt ein, Fuki. Ich kauf nicht ein, hä? Warum? Ja, ja, ja. Vor allen Dingen, da steht, You are an innocent terrorist. Ich dachte nur, ich hab jetzt getestet deswegen. Ja, ja. Als ob ich ein unschuldiger Terrorist sein kann. Ich kauf gar nichts ein, Mann. Okay, wer ist Detektiv? Ja, ich bin grad im Schock. Einer von euch ist doch hier ein Lügner. Ja, Fuki. Ich möchte alleine sein. Ich hab gar nichts zu kauf, Digga. Ich bin grad überfordert. Da gibt's wie nichts. Kannst du mal abhauen, Alter? Was ist denn dein scheiß Problem, Junge? Hallo? Nein, 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 nein. Wo kann ich mir den Waffen holen? Ich hab dich im Auge. So, warte mal. Ich hab hier ne... Waffe? Also... Oh nein! Hier ist da jeder! Hier ist da jeder! Wo? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin gebannert. Ich kann euch dir aber ne Detektivwaffe zeigen. Ähm... Gold... Gold... Die... Ja, doch. Heißt... Die tötet den Traitor direkt. Okay, es war nicht... was ist das? Ist das... Ah, Asta war... Asta war... Nee, nein, 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 nein. Ich dachte... alter der war im Shop beim Laufen! Asta ist das... Wo ist das? Hier ist es auch! Noch ein bisschen... Thomas! Guck mal! Wieder dich da! Ich bin tot! Oh! Warum? Lebt ihr noch? Ich? Aber ich werd gerade gejagt. Tuki versucht mich umzubringen. Wo bist du? Äh, oben. An so einer Küche. Oh Gott! Alter! Oh Gott! Komm raus, du Schwein! Gib ihm! Wir haben Granaten rein, wir haben Granaten rein! Ja, gib ihm! Du Schwein! Komm raus! Komm raus, Schlau-Rax! Komm raus! Komm raus! Das ist dafür, was du uns einmal angetan hast! Komm raus! Ich geh rein! Was ist auf die Treppe? Der ist gar nicht hier! Der ist hochgelaufen, glaube ich! Komm zurück! Die müssen nehmen, wie wir sind! Scheiß drauf! Lass zusammenbleiben! Wo bist du? Ah! Nein! Der kommt, der jagt mich! Komm zurück! Ich kann nicht! Warte, hast du eine Granate? Ich weiß nicht! Ich habe einen Dyskombulator! Das ist eine Granate! Nice! Ich habe einen Energy Drink! Was bringt das? Weiß ich nicht! Ich habe euch einfach reingepackt vorhin in die Map! Warte! Der ist irgendwo! Warte! Ist Kerl tot! Kerl ist tot! Ja, der ist tot! Der kann uns nicht wollen! Ja, aber ich glaube richtig! Ich bin lowlife, ne? Ich auch! Der wird vorhin... Aber der muss auch low sein! Ja... Ja... Geh hoch! Der macht ein bisschen John Wick-Movie! Sag's dir! Der ist irgendwo! Wo ist er? Wo ist er? Digga! Sag doch wo der ist! Ich hau tschüss! Ich hau tschüss! Ich hau tschüss! Hey Schlo, wirst du? Wir können reden, mein Freund! Wir können das auch anders klären, mein Bester! Oh mein Gott Ja, ich fliege rum Ja, man kann nur eine Taste drücken Ich glaube, vielleicht ist es Ich weiß es auch nicht Es ergibt aber echt wenig Sinn, das über TeamSpeak zu machen eigentlich Ja, finde ich auch Echt? Also so war das immer oldschool-like Ja, finde ich voll wenig Sinn Man kann ja überhaupt nicht irgendwie mit Leuten labern, mit denen man irgendwo alleine in der Ecke steht Ja, genau Also ich kenne das nur von TeamSpeak Schon, also Ja Hände dir nichts dran, dass es geiler ist Ohne machst Nee, das ist halt nicht so easy Viel zu easy als Traitor Ah, geil Du musst nur mit einem an einem Ort sein Und wenn einer schon irgendwas gemacht hat Ey, aber warte mal, was ist Sheriff? Bist du jetzt der Sheriff, weil du so eine Mütze auf hast? Ja, ich bin jetzt Detective Ich habe jetzt auch schon ein Kaufmenü und kann jetzt hier so Sachen kaufen Ja, und der kann Wie kommst denn hier hoch? Ich weiß nicht, also ich habe es ja auch lange nicht gespielt, das müssen wir zusammen herausfinden Er ist ja irgendwie in der Lage halt, Leute, deren Rollen irgendwie zu Also irgendwie zu erfahren oder so, ne? Also ich, genau, ich kann irgendwie rausfinden, was ihr seid, aber ich weiß nicht genau wie ich es mache Ich glaube, es ist ein Gerät oder so Ah 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 Ey Ja Ich verstehe Kann ich Waffen wechseln? Alles klar Ja, mit Mausrat, wenn nicht musst du Q drücken, um die abzulegen Scheiße, renn, Jen, Jen, rennt hinter mir her Wo ist sie denn? Sie ist hinter mir, die hat auf mich geschossen Hat sie das? Aber sie kann auch labern, ne? Jen, sag mal was Wenn Jen leise ist, dann weiß ich nicht Aber sie muss doch nicht reden Warte mal, Jen ist, glaub ich, tot ist, die redet hier gar nicht Äh Ja, aber da musst du halt ihre Leiche finden, sonst ist es halt tricky, ne? Sonst könnt ihr Panikki sonst was erzählen Ja, deswegen Der Fee ist auch ne schlechter Liegnerin, glaub ich Ich hör sie, dass sie lacht Was lacht? Ey, Kalle ist das? Nein, nicht Kalle, sorry Schlo Das war Schlo Er ist Traitor Oh, das ist die schlechteste, wir machen wieder weg Das war die Fee Das war ja so easy Ah Mann, ey Ich wollte so tun, als wenn ich tot wär Ey, ey, ganz ruhig, mein Freund Sorry, sorry, mein Freund Warte, haben wir gewonnen, oder nicht? Ja, wir haben gewonnen, oder nicht? Ja, 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 ja Rund over Ah, das ist ja, okay Ich jetzt? Hm Ja, ja Aber ich kenn's auch nur so, dass man immer mit einredet Aber ich glaub, früher gab's einfach noch keinen Proximity-Tick War das zum Beispiel korrekt, wenn ich sage, guck mal, die redet nicht, deswegen ist sie gut oder so? Ja Ja Das kann sein Das kann immer sein, klar Moin Vorki Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Jetzt sind wir auch Freunde Guck mal, wo ist die nach vorne weg? Ja, du aimst die ganze Zeit auf mich vorgegen Nein, nein, du zitterst so ein bisschen, deswegen Ich beobachte dich einfach Guck mal, die da drüben sind die in und ich weiß auch nicht Die sehen sehr gefährlich aus Und wir sollten mal hochgehen, oder? Oder was meinst du? Ich vertraue denen nicht. Ich will nicht mit dir alleine. Du kannst nur vertrauen, Digga. Ich weiß nicht, ob ich dir vertraue. Wir kommen beide aus Bremen, Digga. Wir kommen beide aus Bremen, Digga. Aber warte mal. Wir sind jetzt zu vier. Wir spielen aber zu sechs. Können noch alle leben? Warte mal. Kommt da. Ich bin alles gut. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab's im Urin gehabt, der mir rausläuft, Junge. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Ich weiß nicht, was das macht. Ich weiß nicht, was das macht. Was ist das? Ey, warte mal. Also, wenn irgendwas komisch ist, dann kann man davon ausgehen... Achso, das machst du, oder was? Machst du das Sheriff? Ja, jemand sieht das. Ach nein. Du bist wieder so auf der Jagd hier, so gefühlt. Ja, ne? Ich kann damit gucken. Oder wenn ich das wäre, wäre schon irgendwer tot. Was hast du denn? Achso. Das hat Jenny eigentlich noch nichts gesagt. Oder ist die direkt gestorben? Wo ist die denn? Warum ist Foki verwundet? Warum ist so verwunden, Foki? Ja. Das ist das fliegende Ding nicht abgeknallt hat. Ja. Ey, was ist das? Der ist aufgehauen. Der ist alleine in der Rennzeit. Ey, ich bin doch grad bei euch die ganze Zeit schon gewesen. Was leut ihr? Was hab ich denn? Alter, wenn du mich so einfach mit einem mies verdächtigst, by the way, krieg ich auch Scharen. Dann könntest du auch du sein. Der war doch 50er. Der hat uns anguckt. Guck mal, der hat das gemacht. Leute, guck mal, wo seid ihr? Guck mal. So eine Schildkröte. Mach den Schaf! Das ist echt, Baby! Ach, keine Schildkröte! Das ist ein fliegender Superman, Baby! Das ist ein Detektiv 2. Kann ich das abschießen? Hört auf, das anzugucken! Hallo, das ist meins! Warum ist der Trocki verwundet? Also, wer war das? Ja, weil es sich nicht in dem ich berührt hat. Ey, Gott, schieß da einfach! Hä? Er ist voll der Akro-Sheriff! Nee, ist wirklich der Detektiv? Ja! Ich vertraue diesen Typen hier nicht. Also... Warum bist du jetzt auch noch gehörtet? Okay, hier ist Blut. Hier ist überall Blut. Ich weiß es nicht. Ah! Ich werde verprügert! Ich werde verprügert! Ah! Kerion! Kerion! Wer war denn nun im Kälber oben? Er ist tot, der Traitor. Wo ist Kerion? Ist tot, ist tot. Ist tot, ist tot. Und er hat es umgebracht. Jenny ist auch tot. Ey, ich glaube, das ist sein Maid, Digga. Ohne Spaß jetzt! Die waren die ganze Zeit... Hä? Hä? Ich dachte, der hundert Prozent killt den! Wer? Meine Brötze! Oh mein Gott! Schießt der auf mich! Ich wusste, dass der das war. Die haben die ganze Zeit zusammen irgendwas gemacht, Digga! Wie? Ich bin nur ein Mensch! Du Arschloch! Ehm... Ehm... Da müsst ihr drauf achten. Was ist das, Leggo? Was kann man da machen? Die Map! Einfach! Was ist das, Leggo? Was kann man da machen? Bei uns! Leggo bei uns! Ich checke... Gibt's hier kein... Crash the Crap? Lass mal gleich Crash the Crap! Es gibt auch, glaube ich... Ja, Bikini Bottom gibt's, glaube ich, auch. Ach, schön. Das waren früher Zeiten, ne? In TTT. Aber ihr habt das ja irgendwie alle nie gespielt. Das ist echt wild. Was ist nämlich als... 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 Als Nicht-Terrorist... Äh... Nen anderen Nicht-Terroristen-Abknaller? Dann bist du verdächtig. Natürlich auch. Aber... Ich scherb dann nicht oder so. Nein, 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 nein. Alles gut. Das ist auch ein taktisches Mittel. Weil man kann ja dann, wenn einer so völlig... Ach du Scheiße. ...konfirmt ist, so nach dem Motto, dann kannst du den ja abknallen. Dann bist du ja erstmal fein raus, so vom Ding her, weißt du. Oh, die Maps aber wild. Du könntest ein richtiger Assi sein und einfach deinen Traitor-Mate umbringen. Ja, genau. Und dann bist du halt safe. Oh mein Gott. Hier gibt's auch sowas wie Traitor-Tester und so auf den Maps. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Ähm... Ja, das ist immer ein Lügen. Ja, na, na, na. Vom Flughafen-Ding. Und wenn du zum Beispiel nicht reingehen willst, weil du dich da... Weil du halt Traitor bist und dann das aber halt nicht machen möchtest, dann musst du halt auch verdächtig schon zum Beispiel und so, ne? Ja. Also schon ganz cool. Bei dieser Map beispielsweise gibt's auch Traitor-Rooms. Da können nur Traitor rein. Ähm. Das sieht witzig aus. Aber es ist voll offen alles, ne? Ich sag, Gorg ist es. Okay, warum... Du bist jetzt so lange am rumchillen? Ich hab grad Chat gelesen, ich schwör, ich hab Chat gelesen. Also ich muss sagen, ich war vorhin mit ihm auch Traitor und Gorg hat ihn sofort als... als Traitor ausfindig gemacht, weil er gewartet hat. Ich hab aber Chat... Ich hab Chat gelesen, Mann. Ah, okay. Und dann kannst du einfach nicht mehr laufen, ne? Wir sind auf der Map oder was. Ey, das... Wo ist der Detektor von uns? Ich... Ich bin genau hinter dir. Komm, mein Freund, wir chillen zusammen, mein Freund. Ehrlich jetzt. Ich bin doch genau hinter dir. Ich bin doch genau hinter dir. Ach so, okay. Okay. Ich würd die ganze Zeit bei dir bleiben, Digga. Ohne Spaß jetzt. Ich hab nur Chat gelesen. Also ich glaub, Asta ist das, weil er lacht immer. Asta, holst du hin? Das sind sehr viele Leute sehr ruhig. Also ich halt perfekt. Ja, Foki zielt die ganze Zeit auf dich. Ja, du zielst doch auch, Digga. Bisschen verarschen. Kann man so... Ich hab Jenny grade schön im Shop. Ja, 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 ja. Warte mal, aber eine Person fehlt doch. Guck mal, eins, zwei, drei, vier, fünf. Wer fehlt? Bok. Ich bin da unten grad. Bok. Ich bin da unten grad. Bok. 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 Wer ist da? Fehl, fehl ist hier, fehl ist hier. Mach das nicht, vertraut mir, vertraut mich! Ich gehöre zu euch! Ich schwöre das! Ich bin voll auf meiner Seite! Wur hast du geschossen? Wer hat auf mich geschossen und da ist jemand tot? Gibt's irgendwelche Tools? F scored mal kurz darüber reden, dass Loroks nix gesagt hat. Mehr. Warum? Was denn? Ich weiß nicht, wo er ist. Ah. Da ist die Leiche! Alter! Oua! Wot ist das denn? Es ist Gott! Guck! Hab ihn, Hab ihn, Hab ihn, Hab ihn, Hab ihn, Hab ihn, Hab ihn. Der Hamburg, der lebt denn hier noch. Freunde, der Thomas wieder hier rumsteht. Was ist da? Wer ist denn noch da? Ja. 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 Ja, ich würde von Thomas überfahren. Ja. Wieso stand der Thomas da rum und es dann am Niedig bewirbt? Junge, das war so witzig, das war so lustig aus. Das sah lustig aus. Oh Mann, ey. Thomas hat mich auch raus in meinen Namen gemacht. Thomas ist die beste Waffe. Ist das Melonbäume? Ja. Aber man muss erstmal raus, wenn man sich aus den Waffen machen. Der Buben ist echt nice. Lass mal alle treffen erstmal. Wie war das? Ja genau, das ist immer eine super Idee. Wieso? Hä? Dann ist doch gut. Und dann Thomas, wie bei alle, ne? Ja, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich wär gleich tot. Wocki. Ja. Bist du, bist du Kminel. Also, mach mal hier die alten Korts. Komm mal her. Wie kann ich ne Waffe abwerfen? Wocki. Ich vertrau dir nicht. Kuh. Dann warum denn? Ich bin doch, siehst du doch, ich bin Detektiv. Achso, was willst du denn? Hier hinter dir, neben dir. Komm mal her. Ich will dir vertrauen können. Was macht denn der Officer dann? Also was ist seine Aufgabe? Der hat auch Tools. Der kann auch einkaufen. Warum ist das kriminell? Habe ich rausgefunden mit dem Detektiv. Was ist das? Warum ist das eine Rauchgranate? Nein! Das stimmt nicht. Ich habe ihn mal getötet. Ich gucke ihn mal an. Ich habe aber dann ein kriminelles DNA gegeben. Alter! Alter, nice! Ich habe einfach mal vertraut. Getrostet habe ich. Sicher? Wo guckt man das? Naja, sie hat doch gesagt, dass du ja kriminell bist. Oh! Danke schön! Oh mein Gott! Alter, schließt sich der ab! Leute, warum sind drei tot? Was war das? Sorry, das sag ich, das sag ich, das sag ich. Sorry, ich bin nicht drauf gekommen, alles gut. Warte mal, Gork, stehen geblieben, bitte? Ja. Also warum habt ihr euch jetzt abgeknallt? Hä? Ich habe nur reagiert. Ich wurde angeschaut. Oh nein! Leute? 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 Wer lebt denn noch? Hallo? Einer muss doch noch leben! Sprich, du Wichser! Kleines Stück Scheiße! Ich bin Traitor! Du Arschloch! Komm her, du! Wo bist du denn? Ich mach dich fertig, Junge! Mach doch, mach doch, Junge! Wo? Na wo denn? Wo bist du denn? Ich bin halt weg! Sag mir doch, was du siehst! Ich bin grad in meinem Traitor-Versteck und analysiere grad dich! Ja! Okay! Mich? Ja, ich weiß ganz genau! Was hast du so analysiert? Ähm, nun ähm... Du hast ne Menge heiße Luft! Ich hab dich grad gesehen! Muss ein bisschen langsamer sein! Wirklich? Äh, laber nicht, Junge! Wo bist du denn? Ich schwöre! Ich schwöre bei dem Leben meines Hundes! Ich schwöre! Ja, ach komm, hör auf damit! Scheint ja nicht so viel wert zu sein, ganz ehrlich! Sowas macht man nicht! Einiges! So, weißt du, wo ich grad bin? In meinem coolen Traitor-Versteck! Und ich hab hier überall Camps! Jetzt nimmt ein Helikopter ab! Ich mach dich! Achso! Das war ich selber! Ja, den aktivieren wir auch nochmal! Den aktivieren wir auch nochmal! Oh mein Gott, du kleines Stück Scheiße! Das war so knapp, Alter! Oh, hätt ich dir gegönnt, Junge! Ey, nutsch meine Eier, hätt ich jetzt gesagt! Du kleines Stück Scheiße! Oh, wow! Rät sich an Trash-Talk, ey! Alter! Du hast verloren direkt am Trash-Talk, ey! Ja, Junge, ey! Kann man als Traitor nicht sein Mainframe? Mann! Was können wir sehen, doch schon! Ich glaube, war das eben für einen Kamehameha oder Rainbow Star-Strahl-Strahl? Nee, das war der Orbital Friendship Beam! Keine Ahnung! Da kommt vorne um nen Strahl und wenn da Leute in nem Radius zusammen sind, das ist immer gut, wenn da viele auf Masse sind, dann haut's die weg! Oh, das nervt mich jetzt richtig, Junge! Ich schlaf heut schlecht! Oh, ärgert mich das, ey! Ich schwitze in der Arsch-Rille, ey! Hallo! Ich schwitze in der Arsch-Rille! Ich wollte's nur noch einmal wiederholen! Äh, Assak hat mal herkommend gebraucht was testen! Nee, du killst mich! Nee, ich bin Detective hier! Ja, na klar! Was wirst du denn testen? Ja, guck mal her! Weil ich deine DNA analysiert habe und da stand ganz fett, dass du in mir selber warst! Ey, das ist doch scheiße, ey! Ja, keiner tun den Traitor-Raum! Was ist in der Traitor-Raum? Warte mal, wo ist deine Armut? Wo ist Korb? Hallo, ich weiß nicht, was der Traitor-Raum ist! Wo ist Korb? Ich bin gefallen! Ah! Ich hab Schalker nicht mehr weg hier! Wo ist Korb? Ey, der Ding ist das gestorben! Ich hab auch nur noch 50 Leben! Ist das der Raum? Kehran ist auch gestorben! Ich weiß es nicht! Ey, warte mal, warte mal! Ich glaube, das hier ist der Traitor-Raum! Da hier diese schwarze Luke hier! Okay, da ist Korb, glaub ich drin, weil Korb ist nirgends mehr zu sehen! Also... Sag was! Wir gehen rein, okay? Ja, das geht nicht, Schalk! Achso, scheiße! Achso! Wo bist du? Dann kann er sich da verstecken! Warte mal, wer ist jetzt tot? Kel war tot, ne? Ja, ja, der ist... Aber ich hab auch 50 Leben, der hat das Ding bei uns gezündet! Warte mal, warte mal! Wenn Kel tot ist! Ja? Ich bin stark! Nein! Wir sind wegen Korb gestorben! Weil die Scheiße hier gezündet hat! Ich hab auch 50 Leben! Wenn Korb da nicht rauskommt, dann können wir den ja nicht holen! Ist irgendwas im Tor? Panikschäden? Ja, okay, dann... Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Guck mal hier, guck mal hier! Was? Hier, hier, schau mal hier rein! Hier, hier, wo ich bin! Hier! Guter Tschüss! Ja, ist egal! Ich, um dir zu zeigen, wo... Achtung! Nein, ich dachte... Ja, ich dachte, der hat dich angeschossen, deswegen... Nein, Gork! Hier, hier, hier! Gork hat eine Polizeistation dahinter! Gork! Voll auf mich! Voll auf mich! Wo ist der? Wo ist der? Hallo! Bist du... Wer war das? Bist du auf meiner Seite? Ja, ja, ja! Das ist gut, gut! Ich trau dir! Lass ihn ab! Wieso denn nicht? Die rennen da alle in den Beam, Alter! Ich kann nicht hier weg! Ich sag's nur! Was ist das? Ja, wo, wo, wo? Hier, hier, hier! Fass die mal bitte an! Fass die mal bitte an! Warte! Äh, Alt E! Ah! Und dann? Und dann was? Alt E! Nix, Alt E! Okay, du ist ein Traitor! Gork ist Traitor! Gork ist Traitor! Basta, warum guckst du mich da an? Hast du mich doch jemand angeschossen, glaube ich? Nein, ich hab auf dich geguckt! Nein! Okay, warte mal! Lebt nur noch wir drei! Nein, nein! Pixel, äh, hier nichts Pixel, sondern Panik lebt auch noch! Und da vorne, Fee lebt noch! Mhm! Hallo! Okay! Aber einer von uns muss da sein! Asta, warum bist du so weit weg? Asta hat eben auf mich geschossen, 100 Prozent! Ich hab doch nicht auf dich geschossen! 100 Prozent auf mich! Eben, aus der Mitte! Du stehst da die ganze Zeit! Aus der Mitte! Ey, Hilfe! Ich bin keiner! Ja, das war Asta! Ja, ich wusste, dass er das rein muss! Ich wusste, dass Asta war ja und der hat geschossen auf... Ey, was ist denn das da unten im Tunnel? Wie kommt man da runter? Die haben die Zombies nicht gegessen! Ich... Da ist ne Tiefgarage! Ey, das aber... Wie seid ihr da runtergekommen? Ey, wenn man da runter... Da geht's einfach runter! Das ist halt so ein, ähm, ähm, am Rand von der Map! Ach so, hier ist dann dieses... Ah, jetzt weiß ich was... Ey, wie kann ich Waffel wechseln? Oh, mit Kuh! Ach so, so wechseln? Mausrat, ja! Wegwerfen, meint ich! Ach, das ist Kuh, ja! Ich war actually noch nicht einmal Traitor, ne? Jetzt bist du's bestimmt! Ah, ich bin schon wieder Traitor, what the fuck! Einen wunderschönen guten Tag! Kann man mit den Hedis fliegen? Bist du Kriminell? Ich bin nicht kriminell! Wie sicher bist du dir? Ja komm, mach den Adern, du Müll! Müll! Ich möchte... Du Müll! Ich möchte das aus deinem Mund hören! Hab ich doch gerade gesagt, ich bin nicht kriminell! Ja, aber da warst du kriminell, weißt du? Ja, dann mach wieder deinen Test, komm! Ja? Ja, was sagt dein Test? Dass du, ähm... Dass du okay bist! Wo macht ihr denn irgendwelche Tests? Keine Ahnung, Mann! Weil, äh... Panik-Fee! Fee macht irgendwelche Tests! Ja, guten Tag! Ich bin, ähm... Ich bin Detektiv! Ich bin Beauftragter! Aber du hast herausgefunden, dass Furky innocent ist, oder was jetzt? Ja, im Recht! Vorhin war das! Ja! Ich bin gerade, äh... clean! Wer schießt da? Warum? Okay! Keine kriminellen Machenschaften im Sinn hat er! Ah! Kerion, warum hast du geschossen? Äh, ich konnte nicht mal die Minderung dienen. Äh, ich wollte mal die... Ähh, ich bin auch... Oh! Wer hat den jetzt geballert?! Alter, das ist das Schlorox oder Kalle! Das ist das Schlorox! Ich war doch gar nicht in der Nähe. Das ist Kalle, glaub ich. Ey, beruhigt euch doch mal. Beruhigt euch! Das ist Kalle, glaub ich. Das ist Kalle, glaub ich. Kalle! Was ist denn der Elf? Mann, ich hab keine Elf. Die haben mit der Lok nicht hingekriegt. Arsch mich, Mann. Wir haben beide verkalkt. Die beiden waren ja die einzigen bei Panik-Fäden. Die Blocker waren ein Team. Sag ich doch. Ich bin tot, aber... Warte, ich war original. Die Sekunde vorher noch gesagt, ich war noch nie Trader. Ich war richtig aufgeregt. Du hast gezittert. Ob es auch eine Map gibt mit günstigeren Lego-Alternativen? Auf gar keinen Fall. Hier steht Lego doch. Ich hatte halt zwei Items auf der Eins eben. Und eins auf der Lok. Habt ihr gesehen, wie ich die in der Hand hatte? Das ist halt so eine Pistole dann, ne? Kerion und Aster direkt runtergelaufen. Ja, ich... Aber da waren wir noch nicht, äh... Innocent oder Traitor. Das kann alles gewesen sein. Du hast ja schon mal aufverdacht runter, ne? Du hast das ja vielleicht manipuliert. Ich muss die auch mal runtergucken. Ich seh's schon vorher. Was ist denn Schaf? Ich bin ein Detektiv Schaf. Ja, ich wollt grad sagen, ich hab ein Schaf gehört. Also hier ist zum Beispiel der Traitor-Raum, ne? Ich weiß nicht genau, wo. Ich glaub, das war hier. Da kann man auf so ein Maus-Symbol klicken. Und dann macht das auf. Also ich seh das natürlich jetzt nicht, weil ich jetzt Traitor... Ne, nicht Traitor bin, mein ich. Und deswegen... Ich hab das Gefühl, ich bin echt tot. Also hier unten sind Asta, Jenny und... Fee, bring mich nicht um! Ey, bring mich nicht um! Ich bin bei dir, um dich zu beschützen! Ich hab nicht auf dich... Irgendwer schießt auf mich! Wir sind alle hier unten. Ja. Storox ist gestorben. Ich hab seine leichte Droppen hören. Äh... Leute, Kalle war unten. Ich bin bei Jenny. Ich bin die ganze Zeit bei Jenny. Ich hab nichts in der Hand. Warum hast du nicht so in der Hand? Weil ich grad durchguck, weil ich die Waffen weggeworfen habe. Aber wo ist das Gork? Man kann nicht alles wegwerfen, oder? Gork? Sag mal stehen. Ja. Ah, der Gork ist hoch! Oh mein Gott. Was passiert da, Junge? Wo ist meine...? Wo ist meine? Hier liegt die Waffe. Hier, hier, hier! Ah... Wo ist die? Ach nee, hab ich die? Ich. Du hast die. Mausrad, Mausrad. Din, 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 din... Bing, bing. Oh, oh. Er hat auf dich, auf dich wurde geschossen, oder? Ich weiß nicht. Das ist ein Loch. Nee, warte mal, du bist... Hä? Hä? Also einer von euch beiden ist der Traitor. Nein, dann hätten wir uns schon lange abgeworfen. Also wir hätten doch schon längst abgeknallt, also wirklich, wir sind die ganze Zeit zu zweit alleine. Ja. Aber wer lebt denn noch? Ja, nur die drei. Ja, du. Ja, dann musst du's ja sein. Jo, Kel, alter! Harry, schlägst du denn? Der ist grad mit dieser Lokomotiven-Gruppe gebannert. Also... Hey! Jenny! Mein Gott! Jenny! Ohne Spaß! Hey! 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 Ich hab die ganze Zeit! Ich hab die ganze Zeit! Ich hab die ganze Zeit! Es tut mir leid, Körner! Ich kann nur lügen, alter! Alter! Das war so klar, dass sie das war. Das war so offensichtlich. Lass mal... Alter, dann chillt da ihr Leben mit den fucking Innocents und macht da Freundschaften, ey! Ey, das war gut. Das war aber wirklich mal das erste Mal, dass wir so TTT-Gameplay gesehen haben. Also, so macht man's tatsächlich. Also, das ist gut gewesen. Junge, wir haben ja dahin geschossen, Junge, hier ist ein Loch an der Wand! Ich hab das nicht geschneit! Weil ich hab nicht gesehen, dass du geschossen hast! Ich war erfordert, weil ich so viele Waffen hatte. Ich hab nebenbei geschoppt, deswegen... In den dunklen Raum? Alter! Oh, geil, die Map! Was ist das? Ich seh's noch nicht. Das ist von Call of Duty. Oh, lol. Ah, ja, schön. Sind überall die gleichen Waffen? Jaja. Oh, Mann, Mann, Mann. Boah, das ist... Ah, die Map ist sehr klein, ne? Soundmare von Wind. Ich will, äh, die wegwerfen. Ich will, äh, die wegwerfen. Bing, bing, bing. Oh, Mann. Du kannst das unterstehen, ich will aufs Junge, bevor ihr denkt, ich bin, äh, hier. Hallo. Sagt man als Detektiv, dass man Detektiv ist? Wir bleiben zusammen hier, ja, und passen aufeinander auf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie trauen kann. Da blinkt ein rotes Error, ne? Das ist einfach, weil die Map irgendwas... Leute, ich bin Detektiv. ...nicht geladen hat, weil ich da was vergessen habe oder so. Nicht wundern. Ey, ich muss, äh, wenn ich... Dann mach mal direkt so Analyse mit denen hier. Okay. Was kann ich denn noch machen? Nicht heraus, wer... Hä, wie komm ich denn rein? Wer kriminell ist. Ich weiß, ich komm gleich in eine Lokomotive reingefahren. Sag mal, Fug, ihr bist im Shop gewesen? Nein, ich hab... Du bist gerade Schluss im Shop. Nein, ich hab doch... Du bist gerade Schluss im Shop. Nein, ich werde sie plötzlich erklären. Du bist ein... Schloß im Shop, oder? Einer hat Fugger weggefallen. Ah, hier wird geschloss. Schloß, Schloß, Schloß. Schloß, Schloß, Schloß. Schloß, Schloß, Schloß. Warte, warte. Fug ist tot. Fug ist tot. Der ist da oben. Ne, warte mal. Fug ist tot. Oh mein Gott, ich... Was war das? Hast du das? Warst du da oben? Ich war das, aber ich bin kein Traitor. Was war das? Ich war das, aber ich bin kein Traitor. Ich hab mich auf dich geschossen. Ich hab mich auf dich geschossen. Wer war das? Du das nach oben? Wer war das? Der ist es. Der ist lässig. Ich sag die ganze Zeit, dass es Schlo sein muss, ne? Aber ich sag's nur. Au, ey! Ich bin detektiv. Stop it! Wer war das? Ich hab mich auf dich geschossen. Wer hat auf ihn geschossen? Aber Schloß ist doch schon tot. Moment. Ich habe ihn getötet. Ach du das? Sag mal Traitor, das Schwein. Herr, verarscht ihr mich? Wer bringt denn hier wen gerade um? Nein. Also Gorg hat auf Jen geschossen, richtig? Ja. Das ist Jen. Komm mal her, Marcel. Marcel, komm mal her. Wie geht das jetzt? Junge, ich stehe doch nicht mit dir irgendwo random rum. Bevor... Hier kommt doch gleich... Ah! Lebt ihr noch? Hallo? Ach, da drin. Wie geht denn das DNA-Scanning? Hallo? Ey, Astor ist tot. Schön. Wie kommt die Option rein? Wer hat neben mir Vorki weggemacht? Ja, Koch hat mich weggesniped. Oder irgendwas zu machen. Ich unterhalte mich gerade mit Vorki und auf einmal fällt der vor mir um. Und dann schießen alle auf mich. Ich dachte auch Schlorox erst, weil das so verdächtig war, Junge. Ich verstehe das DNA-Scanning. Mit die Commuter. Ihr seid so heftig. Ich habe einfach mal gefragt, wie kann ich in Optionen reinkommen? Also ich bin tot. Was für Optionen? Es gibt keinen Serial-Sound. Es gibt nur normalen Sound. Das wird wahrscheinlich Map-lastig sein. Ja. Ja. So, ich bin nicht für die Zeit, Leute. Innocent! Ja, Enchenty, können wir das auch erklären. Ich meine... Ja. Was willst du? Guck mich an. Wie kann ich das machen? Ja, weiß ich nicht. Was willst du? DNA-Scanner. Ja. Vorki ist nach oben. Und jetzt? Weiß nicht. Wie geht's? Ja, alles gut. Vorki, was darf ich überhaupt nach in der Hand? Diegel. Wenn? Okay, jetzt steht hier 100%. Ja, jetzt kommen die beiden da allein. Ey. Echt? Was machen die beiden allein? Ja, weg von euch. Ganz ehrlich. Und? Das habt ihr auch im Radio gemacht, als ihr meines Dings war, Traitor. Hat's geklappt? Hast du erkannt, dass ich unschuldig bin? Ich kann das nicht. Ne, ich hab's nicht erkannt. Ich verstehe es eigentlich. Wir verstehen das alle nicht. Ey, guck, das wird ein bisschen sass, ne? Wo ist das, ey? Ich hab's nicht erkannt. Ich hab's nicht erkannt. Das ist alles. Ey, wer's snapt da? Gell, der kann's snapt da. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das ist Safe-Kell. Nein, es war's. Wer hat ihn denn nicht getötet? Das war Kell, die da 100... Nein, identifizieren! Nein, identifizieren! Dann stand er hier unten rum. Wieso, wer ihr einfach getötet? Ich sag's, so ist Aster und Kell waren die ganze Zeit zusammen unterwegs. Ja, aber ihr könnt doch nicht einfach auf Leute schießen, man. Identifizieren, die befehlen, dass wir einen Schub gewesen wären. Also, ich muss das jetzt... Jetzt muss ich den Papierkram wieder machen. Oh, oh. Achte drauf, das... Geh doch mal gucken, ob's stimmt der jetzt. Geh mal gucken, ob's stimmt. Okay, gut. Identifizieren. Er war innocent. Also, wer hat ihn getötet? Fuck! Shrooky hat... Wollt ich ihn unbedingt umbringen? Nein! So. So, ich hab jetzt, glaub ich... Kannst du Shrooky... Dingsen? Ich hab Shroo getötet und er müsste ein Traitor sein. Ja, er müsste. Ja, er war keiner. Hä? Hä, aber Shroo hat den insgekillt. Kairion, 100%! Aber ich hab doch hier diese Pistole genommen! Wissen, jemand hat von oben geschossen. Ich frau Gorg nicht. Gorg, also das ganze stimmt. Gorg, sag mal zu deiner Parteiinigung. Gorg, komm mal her. Vorgänger Traitor? Du hättest ihn doch mit eh selbst... Alter, fall auf mich! Ey, da ist der Traitor! Wer lebt noch? Ihr werdet von nem Kamehameha geholt. Wer lebt noch? Ich. Panikfeeder, hinten ist irgendeiner. Da wo du hingehst, pass auf! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Alter, für mich würde ich das doch auch mit dem Friendship Beam abgeschossen, du! Können wir nicht sehen, wer 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 ist? Also, können wir das nicht sehen? Wo bist du denn? Ich schieß nicht, ich schieß nicht. Ich seh dich, alles gut. Sonst hätt ich dir schon nichts umgebracht. Alles gut, zieh nicht auf mich. Ich vertrau dir gar nicht, vergiss es, Mann! Können wir das nicht sehen? Dann wart, dann bist du's! Da hab ich's nicht an, Mann! Halt die Fresse, ich weiß genau, dass du's auf mich abgesehen hast. Du kannst es nicht sein, weil du dort warst. Ich kann dir so nichts umgebracht. Mein Kind, was tust du denn? Du bist... Du bist... Ach, Junge! Ach, Junge! Du bist schuld, Alter! Nice try, Asta! Warum hast du mich umgebracht, Palle? Ich hab dich nicht umgebracht. Also, ich hab auf dich geschossen, aber ich hab nicht den finalen Schlag gemacht, sonst wär ich gestorben. Ja, aber warum hast du immer auf mich geschossen? Weil du der Sasch für mich warst! Na, warum war ich denn Sasch? Das war doch gar nicht, dass Pukis war! Ey, du komm mal, wenn es Rettabuck knallt, ey, ich wüsste ja, ey! Wir sollten eher reden statt zu schießen, ganz ehrlich. Ja, sonst hast du das glücklich! Ich muss Rettabuck knallen! Ey, ich müsste es warten! Alle nur noch mit Schlagklassen rein jetzt, ey! Du wusstest, aber du wusstest... Ich konnte mich nicht mal erklären, als er dort mit Rettabuck knallt. Schlagstock! Nur noch mit Schlagstock! Kann ja nicht passieren. Ich will doch mal spielen, Alter! Nö, ich will doch mal spielen, Alter! Ey, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Gork hat das... Gork hat das... Gork hat das... Gork hat das... Gork geht bei dem Super-Direktiv, oder? Ja, wieso? Ja, du sagst die ganze Zeit nichts! Ey, die sind ganz... Kann ich... Kann ich dich... Ich will mal probieren, dich zu scannen. Wie geht das? Ja, probier das! Es geht doch nicht! Also ich hab das vorhin mit diesem DNA-Dings gemacht, und dann musst du auch, ähm... Dings machen. Ich glaub, Gork ist mal wieder im Menü gewesen, Gork. Ey, hast du da stand die ganze Zeit? Ich check das nicht. Warte mal, Alter! Nein, ich will das nicht! Du warst, stand es aber die ganze Zeit! Warum bist du denn da schon wieder wundet? Ich habe eine Panik hier im Genderfone! Was hier unten? Was machen die da? Herr Nathal versucht mich zu scannen! Mann, ich bin Detektiv! Ich will gucken! Hat das nicht geklappt, oder was? Aber warum bist du schon wieder wundet? Ey, das ist ganz so voll scheiße! Warum? Ja, wer weiß direkt, ob man ist oder nicht! Was war das? Eine Granate bei mir dann näher... Da kannst du ja jeden scannen! Oh! Ich habe gerade überlebt! Wer hat die Thomas getroffen? Wer hat die Thomas getroffen? Ich geschütze euch! Wer hat die Thomas getroffen? Und hier ist jemand tot! Da oben ist nur noch Kalle drauf! Ja, aber ich kann doch gar nicht gelesen sein! Warum? Warum nicht? Du siehst du auf mich! Hör auf den Schießen, Glock! Wer war das dann? Ich stand hier oben und der kam von dieser Ecke hier rüber! Also entweder war Spork oder... Ja, das ist jemand von oben, Sporki! Ich war nicht hier! Ihr müsst die Leute auch immer an! Nein! Guck mal, Kalle, ich habe ein Lichtschwert! Oh mein Gott! Oh Gott! Und wo kam das? Kalle? Hat Kalle das gemacht? Nein! Nein! Nein, ich habe mich! Ich töte Kalle! Na ja doch, klar! Scheiße, Mann! Jemand hat... Oh mein Gott! Jemand hat Kalle rumgebracht! Dann ist es Glock! Dann ist... Warte mal! Du Wichser, Panikfee! Du bist der Wichser, Mann! Astor! Du warst die ganze Zeit da oben! Hast du den Thomas noch da gefassen? Halt die Fresse! Ihr beide seid es! Du hast ihn gefressen, Mann! Alter! Ihr seid das Schweine! Ihr dummes Schweine! Ey, ich bin gleich fein hier! Ich bin Traitor, guck nochmal! Ich bin Traitor! Wir sind zu dritt diese Runde! Stimmt, wir sind zu dritt! Alter! Ey, ganz kurz! Ey, ganz kurz! Ey, ganz kurz! Wir wurden so haupt genommen, ne? Wir wurden so bodenlos haupt genommen! Nein, mich hat einfach eine Lokomotive rasiert! Was? Dann der nächste Traitor! Ich bitte Euch, Digger! Dann der nächste Traitor! Wird sie nicht mich direkt küssen? Sie will auch mal mal runterküren! Ich bin immer direkt tot, ey! Wie bei Party Animals, ne? Also wenn Furky stirbt, am Anfang bin ich es! Okay! Ich werde jetzt sowieso dann getötet! Oh Mann! Aber das war halt keine schlechte Runde von dir! Ich wollte dir mein Lichtschwert zeigen! Da Panikweh hat's jetzt hier so ein bisschen raus! Ja! Die Map ist ziemlich eng, deswegen ist das so chaotisch hier! Ja, ist wirklich eng! Ey, schon, kauf da ein! Ich kauf gar nicht! Ich will diese Waffe aufheben! Die Scheiß Waffe hier, Junge! Ich hab mich eigentlich schon so halb verwundert! Was soll die Scheiße? Ich kann ihn nicht aufheben! Ist da schon jemand umgefallen? Du musst ganz halt so weit! Hat mich grad jemand angeschossen? Ich check das nicht! Ich check... Wieso kann ich die Waffe nicht aufheben hier? Herr Alster, was machst du da? Ich muss grad niesen! Ah, ist klar, ja! Ja, natürlich! Wirklich! Warte mal, warum ist meine Füße? Die ist fast tot! Ja, weil jemand auf mich geschossen hat! Wie warst du? Nirgendwo! Ich bin alleine gerade aufheben! Kalle, Kalle, Kalle! Scheiße! Kalle ist fast! Das ist eine Kralle! Das Arschloch! Ich... Hier entkommt der weg und verschwunden! Traitor! Ich hab ihn... Ich hab ihn identifiziert! Er ist Traitor! Ja, das war der! Wo seid ihr? Achso! Das war der! Der hatte... Thomas auf uns geschossen! Ja! Okay, also... Wer hat auf Kalle geschossen? Wir müssen rausfinden, ob das stimmt! Als Detective! Ja, drauf! Warte mal! Wer ist da oben? Ich bin oben! Ich bin hier! Ich bin da oben! Ich bin hier! Ich bin da oben! 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 Ja, komm! Was? Ja, aber Jen läuft doch so rum, ne? Ja, ich lauf hier so rum! Du kannst mich so rum! Warte, 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 warte! Du sass! Jan, Jan, sag jetzt! Jan! Ich hab Angst, dass du gleich einfach... Sag jetzt, Jan! Was? Bist du Traitor oder nicht? Nein, ich bin kein Traitor! Du wirst aber am Anfang stehen geblieben! Warum bist du am Anfang stehen geblieben in der Runde? Weil ich die Waffe aufheben wollte! Ja, das dauert drei Stunden oder was? Ja. Ja. Also, ich glaub, wenn Gork ist, wär der einen Zug reingeschmissen. Ich hätt euch geblieben. Ja, Panikvieh... Der schmeißt immer Zug. Moment! Panikvieh steht da auch noch. Nee, ich glaub, es ist Jen, weil sie sich wieder Zeit lässt. Ja, das ist Jen, Digga! Ich bitte dich jetzt! Ja, das ist ihr Muster! Hör auf! Schieß doch nicht einfach auf mich! Das ging fast auf mich, Mann! Es war nicht Jen! Dann ist es Rookie! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Woah! Was? Was? Scheiße! Ja! Das ist doch Fee! Es tut mir leid, Fee, dass ich ein bisschen Scheiße gespielt hab! Die haben sich gegenseitig abgeknallt extra! Aber wieso knallt sie den Instant-Gen weg? Nur im Verdacht haben! Warte mal, die haben sich gegenseitig verwundet extra! Was ist das für ein Leichenhaufen da? Klang logisch auf mich! Ich wollte, dass ihr euch gegenseitig alle umbringen! Du bist so, sind alle in der Ecke! Alle in der Ecke! Habe ich Ken noch getötet mit dem Thomas? Ja! Achso! Ah, immerhin! Thomas ist einfach der Beste! Ja! Ding, bing, bing, bong! Müsst ihr nicht die Map changen? Eigentlich müsste die alle fünfmal changen! Vielleicht das letzte Mal! Ich hätte diese Scheißwaffen hier wieder in! In eine Runde oder in... Ah, okay! Dann... Dann ist das noch eine Runde! Ja! Ach, ja! Aber lass mal jetzt wirklich nicht grundlos auf Leute ballern! Das macht auch keinen Spaß! Ja, man muss... Man kann halt... Eigentlich spielt man es halt so, dass man nur schießt, wenn Leute wirklich stars sind! Und so, aber... Ja, ja! Weil sonst ist es ja halt auch... Also, ihr seid denn meine Traitor! Weil es gibt eigentlich ein Bewertungssystem mit Karma Punkten, die dann dafür sorgen, dass du halt irgendwelche Nachteile hast, wenn du zu oft Innocence gehst! Oh! Ja, ja! Und ihr habt ihr das ja auch! Ich hab ja bisher ausschließlich... Ich, äh... Hier gibt es einen Karma Score... Ähm... Ja, du hast... Aber... Oh, tatsächlich! Ja, 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 ja! Junge, ich bin fast Erster! Ja! Hast du hier gerade den Karma Score nachgeguckt in deinem Traitor-Menü? Nein! Da sind wir bei Tapp, du Adel! Was? Fimmertiger! Ich bin kurz hochgekommen! Ich kann dir nicht fahren! Hier ist ein Schaf! Ich höre ein Schaf! Weil... Du stehst hier... Ey, kann hat jemanden killt! Ja, ich hab... Ich hab Astler getötet! Warum? Weil er hier gerade vor mir im Traitor-Menü stand! Und wer weißt du das? Weil er einfach... Einfach so... Random an der Wand stand! Und dann sagt, oh ja, ich guck mal gerade das Karma-Menü an! Das Ding ist nur... Also, no joke! Seine Leiche liegt hier außerhalb! Ich kann sie nicht mehr anfingern! Was war Jen? Was war Jen? Wer ist denn der... Detective? Ich! Kannst du dir die Leiche angucken? Wie? Warte! Ja, die ist draußen! Wie, die ist auch draußen? Ne, ich hab Astler nach draußen geballert! Was da draußen liegt, ist Astler! Äh! Da unten schießt was! Hoki wurde getötet! Oh Gott! Da fällt eine Leiche vom Himmel! Da fällt eine Leiche vom Himmel! Was für ich? Ich bin hier unten! Hallo! Halt! Was für gerade weggelaufen? Was für gerade weggelaufen? Ich bin vorhin da weggegangen! Scheiße! Ey, ich glaube, das Leben noch alle... Oh Scheiße! Das Leben noch alle... Ich geh mal zum Detective! Thor, bitte! Also, ihr müsst euch keine Sorgen machen! Ich bin für euch da! Ich bin innocent! Kannst mich auch angucken! Du weißt dann, dass ich nicht kriminell bin! Ja! Glaub ich! Du bist nicht kriminell! Kann er nicht, oder? Kann ich selber, was Panik fehlt? Hast Schlo in Panik fehlt? Vielleicht? Ich steh hier unten drauf! Oben in der Mitte! Oben in der Mitte! Nee, bist du es vielleicht wieder? Du kannst mich ja mal abfragen! Nee! Ob Gorg blieb hier? Nee! Warte hier! Warte oben! Es ist Schlo! Es ist Schlo! Es ist Schlo! Ich bin das nicht! Ja, ja, ja! Natürlich! Diese Crab-Waffe! Ich habe ihn, ich habe... Ja, perfekt! Ach, da warst du ein Traitor? Ey, lass mal nicht die Map nehmen, die ist scheiße! Pokémon Lavender Town! Wer, wer der zweite Traitor? Ich weiß nicht, was... Nein! Ich lebe doch am Ende noch! War Asta Traitor? Ja, ich glaube schon, ja! Alter, ich bin so schlau! Ehrlich? Er redet gar nicht! Er redet nicht, ne? Ich habe gedacht, Kalle wärs gewählt! Ey, da kommt die Musik auf meiner Vendertown! Oh, dieses Dünn-Din-Din-Din-Din-Din! Das ist kein Loll! Asta, du warst später, ja? Ja! Ich hätte ihn nicht reichen dürfen! Richtig seid der Digga! Richtig der Digga gewesen! Ey, hätte ich das gecheckt, hätte ich natürlich den Verdacht auf Kalle gelenkt! Ich habe es nicht gerallt! Ich dachte, Kalle wäre mein Mate! Ich hoffe, ihr wisst, was da Vendertown ist! Äh, jetzt werdet ihr bestrahlen mit Musik! Da kriegt man Depressionen! Junge, was ist das für eine Map? Was denn? Es ist nicht die... Das, was verboten wurde? Ja! Warum war das verboten? Warum spielt ihr das dann? Weil das bei Kindern in Japan zu Depressionen geführt hat und... Was, wenn das mal jetzt auch so ist, ne? Ja, das macht mich ja gerade auch ein bisschen... Ich habe keine Musik! Aber ich habe die Musik... Ah, okay, gut, das ist gut! Ich habe Musik! Wo mache ich Musik an? Oh... Was ist das? Ich bin so traurig... Ja, das ist die alte Pokémon-Map-Norten-Go... Kann ich keine Musik anmachen? Aus Rot und Blau! Ey, ich bin hier allein die ganze Zeit! Kann ich Musik anmachen? Deswegen bin ich so verkost! Ach, das ist diese Geisterstadt, ne? Wie, wie kommt man denn hier weg? Bin auch alleine, wie komme ich hier weg? Ich komme hier nie mehr! Ihr könnt sogar an die Caves reingehen, das ist der Hammer! Habt ihr meinen Traitor raus? Ich bin fest! Ich bin fest! Geht hier nicht rein! Wir sind alle Snapper! Hä? Okay, jetzt... Okay, jetzt... Kann ich Musik anmachen? Was passiert? Hä? Hä? Warte mal, hier ist doch eine Treppe, oder? Ich habe einen Traitor, das ist Gorg! Das ist wie bei Pokémon, diese Dings! Hier, die haben sich alle gegenseitig gekillt! Ich konnte nur den Traitor aufhalten! Äh, das ist Gorg! Ich würde, ich bin... Okay, gut, ich kann vieles sagen, ne? Und, äh... Mein Wort hat ja auch kein Gewicht! Aber ich weiß wirklich nicht! Aber wir kommen hier weg! Jen, warum guckst du mich an? Hm... Ich guck euch beide an! Okay, ich bin ehrlich! Ich hab drei von denen gekillt, aber weil wir alle gestackt haben und ich wusste, dass wenn ich nicht schieße, die mich erschießen! Damit der eine da raus kann! Jen! Ja? Wenn du schießt, ne? Ich vertraue Karrion irgendwie mehr als dir! Weil... Was?! Ja, zu Recht aber auch! Weil er die ganze Zeit nichts macht! Warum?! Du hast mich eben gekillt, einfach so! Ja... Ja... Da hast du Recht! Ja, siehste! Wo habt ihr... Wo seid ihr denn? Ähm... Im Pokémon-Raum! Im Pokémon-Raum! Ich glaube, ich bin gerade Route 3! Das ist nicht wichtig, dass ich keine Musik hab! Ich hab auch keine! Okay, Jen! Ja! Pass auf! Ich krieg mir den... Da musst du schießen! Guck mir in die Augen! Es hat gerade irgendwas... Es ist was passiert! Was war das, Karrion? Warst du das? Jen? Chlorox, sag mal bitte was! Du dreckiger Jen! Karrion? Warst du das? Das warst du! Halt deinen Mund! Karrion, warst du... Wer ist das? Bist du das? Du redest gerade mit Karrion und der ist tot! Oh mein Gott! Okay, stopp! Stopp! Wir sind die Einzigen! Stopp! 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 Du bist es! Wenn wir die Einzigen sind, bist du ja Traitor oder was?! Ah! Labe mich doch nicht voll mit deiner scheiß Psycho-Kacke! Alter! Stopp! Wir sind die Einzigen! Ja, dann sind wir automatisch Feinde! Egal ob ich Traitor bin oder Innocent! Ich mach' ich weg! Wo ist er hin? Wo bist du? Komm, wir treffen uns! Äh, äh... Turm! Friedhof! Oh mein Gott! Ich mach' ich weg! Lol! Diese Map! Alter, diese Map! Geh doch mit mir! Ich bin tot, du Arsch! Alter! Ich kenn' die Map nicht! Dan! Ich bin tot! Oh mein Gott! Ich bin tot! Alter, dieser Turm macht ja nur noch Schmerzen mit den Taschen. Ich hab vorhin gedacht, du hast mich abgeknallt, Gem. Nein! Ich hab bis gerade gedacht, du hättest mich gekillt. Nee. Ich hab ne Frage, sag mal, habt ihr ja Musik an? Nee. Ja. Ich weiß nicht warum. Oh, ich hab Musik, ja! Jetzt hab ich sie auch. Aber warum hat Panikpheme losgeballert, als wir alle Stark waren? Das hab ich nicht geschafft. Ich dachte, dass es vorbei ist. Ich dachte, wir wären wirklich Stark Forever. Und dann tötest du einfach Leute. Ja, das ist die. Wär doch schlimm, wenn wir dafür immer schlechter bleiben würden. Es waren zwei Sekunden, also Entschuldigung. Ich hab Panik gekriegt. Aber die ist echt ganz schön groß. Wer ist da? Chlorox, Krallion. Mit diesen verschiedenen Ebenen ist voll scheiße. Ja, das ist ein bisschen verwöhnt, ja. Die ist jetzt richtig groß im Vergleich zu. Und der stirbt jetzt hier. Hör auf, Furky! Was ist denn das? Hey, hey, hey! Was war das? Das wurde geschossen. Das war Carrion, glaub ich. Er hat doch nichts geschossen, ey. Ohne Spaß. Ich hab mir in die Luft geschossen. Ich hab mir in die Luft geschossen. Ich wollte nervös machen. Achso. Ich hatte ein Disco in der Hand. Furky, hast du sie getötet? Du hast auf mich geschossen. Nein! Nein! Du hast gerade mit deinem scharfen G40 Schaden gemacht. Nein, nein, nein. Hier ist eine Granate explodiert. Hier hast du geworfen. Ja, aber du hast es trotzdem gemacht. Bist du dir sicher, dass er die Granate geworfen hat? Was macht keinen Schaden? Die Granate. Die Disco. Ich möchte, kann die mir kurz zuhören? Ja. Furky hat gerade Panik-Fee getötet. Daraufhin bin ich Furky gefolgt. Aber Furky getötet und er ist ein Traitor. Okay. Gut, dann brauchen wir noch eins. Können wir jetzt mit dem Detective überprüfen gehen? Ja. Gerne, gerne, gerne. Ja, ich bin hier unten. Ich kann Jen durch dieses Game nicht vertrauen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich möchte aber nicht alleine mit Slow sein. Ich hab Angst, dass der mich abnimmt. Ja, ja, ja. Das kann ich nachvollziehen. Aber wo ist die Leiche? Ähm. Hier? Da vorne ist Jen. So. Oh nein. Hier lang. Folgt mir. Was macht ihr da? Was ist das denn? Hier lang müsst ihr kommen. Also, Kalle. Ja. Ich guck dir genau in die Augen. Ich müsste dich ins Toten umlaufen zu können. Kalle, du kannst einen Teleporter kaufen. Du musst mal gucken. Ja, ich hab's leider schon mein Geld ausgedeht. Seid ihr stuck? Ich hab irgendwen gekillt. Ich weiß gar nicht wen, weil er uns verprügeln wollte. Ähm. Das war... Ich weiß nicht wer es war. Ich weiß nicht wer es war. Ist das scharfe Austag? Irgendwas haut mich. Es war Kaleon. Und der war innocent. Das scharfe Austag? Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Wo bist du denn? So ein Fiebertraum. Warum hast du uns denn noch verprügelt? Wir sind nach so einer unteren Ebene. Also im Namen des Gesetzes würde ich uns jetzt mal befreien. Ja. Okay, Schlo, du bist noch am Leben, ja? Ja, ja, ja. Jen, du bist es, oder? Nein, ich bin's nicht. Moment, wer lebt noch? Ich lebe noch, aber ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Asta, folg mir, Schlorox. Komm, hier lang. Wer lebt noch? Ich, ich, ich. Wir müssen... Komm, man... Ich hab sowieso so Trust-Issues, ne? Du... Wenn du mich jetzt killst, ne? Ich kill dich nicht. Wie geht man denn hier hoch? Ich komm von da an. Da liegt Furky und der ist Traitor. Du bist safe, Cole. Ich bin es nicht. Du bist safe. Ich schwöre es. Du bist safe. Nein! Was ist denn mit dir? Wo seid ihr denn? Aber man kann da nicht hochgehen. Ich hätte... Nein, dann müssen wir woanders lang kommen. Ich hätte dich schon lang umgebracht. Wenn du es nicht bist, ist es Asta. Du weißt, was passiert ist, Schlorox. Das letzte Mal hat sie sich auch schön Zeit genommen. Alter, nein. Ich mein ja nur. Komm. Alter, vertrau mir. Ja, das stimmt tatsächlich. So, jetzt sind wir draußen. Du hast ja beim letzten Mal auch so... Ich habe uns rausgefühlt. Sie will... Weißt du, die innere Befriedigung hat sie erst, wenn sie wirklich weiß, dein Vertrauen gebrochen zu haben. Alter, jetzt, jetzt, jetzt legt der auf. Master legt auf. Er ist es. Nee, nee, ich mein wirklich. Und dafür muss ich es halt jetzt... Oh, Master, wir sind ein Pokécenter. Kommst du auch her? Wo ist denn das Pokémon Center nochmal? Draußen. Ja, klar. Na komm doch. Lass mal... Oder lass draußen treffen irgendwo. Gehst du noch hoch? Ah ne, dann... Lass mal zu dem... Lass mal bei dem Turm treffen. Beim Turm? Ja. Ich glaube, bist du es wirklich nicht? Ich bin es nicht. Aber ich weiß, also wenn ihr beide... Glaubst du, dass ich dich nicht umgebracht hätte, wenn ich es wäre? Dann weißt du aber, wer es ist, ne? Ja, du oder Aster? Na, ich nicht, hoffentlich. Ja, oder einer ist noch... Sag nichts mehr. Junge, ich hätte es schon lange beendet. Und wie... Also irgendwann ist ja auch gut, ne? Alter, voll auf mich! Alter! Alter! Voll auf mich! Nee! Ich habe fast kein Leben mehr! Ey, wo seid ihr? Alter, voll auf mich! So ein Wichser! Ey, wo? Von wo? Hat der geschossen? Wo bist du, Schlorox? Komm! Mein Gott! Ey, so ein Arschloch! Oh mein Gott! Du kleines Stück Scheiße! Ja! Oh! Nice! Oh mein! Alter, auf dem Scheiß-Tour! Ich bin so Idiot! Ich bin so Idiot! Alter! Alter, die ist geil! Alter sagte voll auf mich! Äh, wo ist... Okay! Wie habe ich das denn eigentlich nicht überlebt? Wir hatten mich getötet! Nein, da waren wir alle ineinander gesteckt! Wir waren alle stuck! Das war eine dumme Situation! Ja, ja! Ich musste euch ja einfach... Wir waren einfach nicht mehr rein! Ich glaube, Jenny hat mich dann getötet, oder? Oder wer war das? Nein! Hm, hm! Okay, Schloch! Ich vertraue dir erstmal, ne? Okay, jemand ist noch da! Warte mal hinter dir! Hinter dir ist noch jemand! Ja, hallo! Grüße! Hä, Porky war schon excited, obwohl die Rollen noch gar nicht verteilt wurden! Äh, nein! Der hat Kalle gespawnt! Ich schwöre es euch! Gespawnt? Ja, das ist ein Turm! Das hat Ebenen! Ist dir schon klar, oder? Ich bin Detektiv, wenn Kalle... Wenn ich jetzt nichts mehr sage, ist Kalle, bin ich tot! Ja, ich gehe ins Pokémon-Center! Hier sind zwei Leute, die haben sich angefasst! Ja, aber verkommen ja! Ihr habt euch übelst angefasst! Ich hab's genau gesehen! Pass auf die Hände! Ich würde dir nie was tun! Jetzt hör doch mal zu! Ich bin auf deiner Seite! Da ist noch Kalleon! Ich weiß nicht! Wo komm ich hier raus? Ich bin stuck! Oh, nein! Ey! Ich hab ne Idee! Warte kurz! Ja! Ich bin Detektiv! Ich hab sie umgebracht! Ich will hier weg! Ich will hier auch weg! Wo komm ich hier raus? Hier! Sie war sogar Traitor! Oh, das macht sie sauer! Ich hab Jen gekehlt, weil wir gestuckten, nur ich wusste, dass sie mich sonst dumm bringt, aber sie ist sogar Traitor gewesen! Ich glaube, man muss irgendwie so nacheinander mit dem Teleporter umsehen! Ey! Meine Fresse! Die Map ist auch leider nicht so geeignet, hab ich das Gefühl! Okay, sehr gut! Hier komm ich hier durch! Ja komm doch! Hier läuft grad jemand übelst ab! Hast du das gesehen? Das ist ins Wasser gesprungen! Ja! Wofür war das nicht? Die Leiche können wir nicht mal... Komm mal kurz her... Lass mal bitte identifizieren! Ja, gerne, klar! Also hinter dir ist noch jemand? Ich bin der Druck! Jan ist wirklich Traitor, er hat nicht gelogen! Ja, das haben wir schon gesehen! Das haben wir schon gesehen! Ich weiß nicht mehr, wo lange... Also ich bin... Einfach weiter die Treppen runter! Ja, der... Ich hab noch nie Bock mal gespielt! Da kommt hier auch jemand? Da ist noch... Das bin ich, hallo! Ach, hier Treppe auch, ja! Sag doch mal was! Wie kann ich denn das jetzt machen? Ich weiß es nicht! Ah, okay! Ja, dann ist egal! Wo seid ihr alle? Sag doch mal was! Fee hat das noch einmal gemacht! Ich weiß wie es geht! Ich wüsste, ich hab keine Ahnung! Ich rede die ganze Zeit! Was ist denn? Wo ist Floorox? Okay, gut! Ich wollte einfach nur hören, wie deine Stimme so ist! Soll ich dich erlösen gehen? Soll ich dich erlösen gehen? Irgendwas fliegt hier! Fuki? Fuki? Was ist das? Nein, Mann! Ich finde den Weg nicht! Ah, hier! Achso! Ja, Junge! Einer von euch ist doch hier schon... Also, Fuki hätte mich eben die ganze Zeit töten können! Fuki hat mir, warum auch immer, auf Vertrauten die ganze Zeit von mir weggeguckt! Also... Willst du mich verarschen? Ich hab dich die ganze Zeit anguckt! Ich hatte Schiss! Hm! Achso! Das ist ein Fee! Die ist super still die ganze Zeit! Okay, hier ist Jen tot! Panik-Fee ist bei mir! Falls ich nichts mehr sage, wisst ihr wer es war? Ja! Warum? Hey! Hey! Ich hab gesagt, ich hab Schlo! Das war Schlo! Das war Schlo! Das war Schlo! Was war Schlo? Was war Hängen? Was war Hängen? Was war Hängen? Was war Hängen? Er sagt, das war Schlo! Aber wir sind in dem Turm! Das heißt, du bist mein Zeuge, dass ich nichts gemacht habe, Fee! Und Jen wurde eben von Asta gekillt! Ich dachte, warte mal, war das ein Schlo? Ja, ja, ja! Okay! Lass uns Furky umbringen auf der Stelle, okay? Ja, ja, ja! Alles klar! Okay! Machen wir! Wir glauben, dass du unschuldig bist! Okay, komm! Wir sind nirgendwo! Wir würden dir nichts tun, wenn wir dich sehen würden! Safe Call! Da steht jemand! Das ist Furky! Das ist Furky! Das ist Furky! Das ist Furky! Boah! Ist noch einer da? Hhhhh?! Oh Panikfest! Oh Panikfest! Das reinigen Gang! Hier rein! Hier! Hier! Kiii... Die ist Musiker, der Hammer. Ich liebe die Musik. Okay, wo bist du? Die passt so gut. Ach du Scheiße, mich greift ein Schaf an. Ich habe keine Schaf an. Diese Schaf an. Alter Junge. Junge, mein Schrot war ja Legenda. Die war ja gar kein Schaden. Oh Mann ey. Ich liebe die Musik. Du hast dich halt so verraten, Foki, damit, dass du das auf mich lenken wolltest. Ich dachte, du bist bei mir deswegen. Aber das war wohl... Ey Marcel, du bist so ein Wichser. Ey Junge. Ich wusste, du hättest mich sonst gekillt. Der hättest mich sonst gekillt, ich weiß das. Man hätte sich doch rauswinden können. Wie denn? Hey, das geht nicht. Im Rechtsklick oder so. Ne, außerdem... Du warst doch Traitor. Also, was willst du? Halt's mal ey. Das macht Kopfschmerzen, Alter. Moin. Ich habe keine Waffe. Ach, moin, hast doch mein Freund. Wie funktioniert das mit diesem... Also, dieser Detective ist so random für mich. Sehr cool, wenn wir die Map so schnell wie möglich durchzocken. Du hast da mehrere Sachen. Ich mag ja. Du auswählen kannst du... Die Golden Eagle, beispielsweise, ist recht nützlich. Ja, ich habe nur das Gefühl, also... Warum kriegst du dich so an? Das guckst du, oder? Dieser DNA hat das zum Beispiel benutzt. Äh... Ich glaube, wenn ich jetzt rot wäre und der Traitor hätte nicht gekillt, dann könntest du quasi Hinweise, glaube ich, finden. Achso, warum kriegst du... Warte mal. Ey, wo geh... Ich laufe nur, du Spinner. Ach, das ist gar kein Wasser. Ich dachte, das wäre Wasser hier. Also, Mann, ich passe die ganze Zeit übrigens auch, dass ich nicht runter schieße. Äh... Naja, wenn ich einen Traitor töte, dann... Also, ich schieße dann... Ja, dann... Ich hab geguckt, wer du bist, mein Gott. Ähm... Aber wenn er kein Traitor ist, stirbst du. Ja. Naja, das dachte ich mir schon. Oh, hier war ich noch nie. Oh, da kann man auch gar nicht rein. Oh, okay. Kann man die Bäume aufschießen? Gute Frage. Ich schieße mal die Bäume auf. Was? Ich will eigentlich noch diesen Torn drauf. Wo ist denn hier der Ausgang, Alter? Wo ist denn hier der fucking Weg runter? Ach, hier. Ich will nicht stecken bleiben. Ja. Also, egal was passiert, ich truste Jen. Was machst du dahin? Wir sind am Arsch der Welt und sie hätte mich sowas von oben gebracht. Save. Weil mich nie einer gefunden hätte. Niemals. Wenn ihr euch zwei im Doppelpack vertraue ich noch weniger. Ich vertraue dir gar nicht. Ja! Wie du vor. Ich glaube tatsächlich, dass es Schlorox und Dingensnicht sind. Und eher Panikfee und... Weiß nicht. Was ist das, das Schlorox? Mit? Jen. Wie er mit der Waffe da steht, Schlorox. Ey, 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 ey. Wer ist das? Der wäre mal bereit abzudrücken. Ey, komm, wer ist das? Normal. Ne, ich versuche immer noch aus dem Wettbewerb rauszukommen. Ja, was soll. Ich rede hier nicht dazwischen. Ne, klar. Der schmiedet sich schon seine Dinger da. Okay, okay. Ey, ich will ja nicht sagen, wir sollten nicht alle hier auf einen Fleck sein. Hm. Ne, ne, gleich fliegt mir wieder eine Locke. Okay, aber ich vertraue gerade jemanden. Komm mal in den Turm. Ich brauche jemanden, dem ich vertraue. Aber ich möchte mit Jen laufen. Ne, also ich gehe nicht mehr in den Turm. Komm, ich bin hier. Ich lass an den Turm. Flo, wo bist du wer? Ich habe dir vorhin vertraut. Ich will dir wieder vertrauen. Ah ah, wir nehmen niemanden neuen auf. Flo, komm an den Turm. Ich laufe mit Fee rum. Ich laufe mit euch rum. Okay, alles klar. Komm an den Turm. Lauf. Aber nicht stacken wieder. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Warte, jemand hat hier was geworfen. Hier ist jemand. Oh mein Gott. Was war das? Banane. Das war 100% Gorg. 100% Gorg. Der war neben dir. Das war safe Gorg. Der war hier. Der war hier. Das war Gorg. Ja, ja, ja. Okay, okay. Fuki safe. Traitor. Okay, gut. Alles klar. Hat Fuki ihn umgebracht gerade? Hast du meinen Arsch gerettet, Gorg? Okay. Ich ziehe mich zurück. Okay. Okay. Er wirft damit Banane. Ey, dann sind es aber Schlo und Jen auch nicht, weil die sich sonst gegenseitig gemacht hätten. Damit sind die auch safe. Okay, okay. Stopp, 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 stopp. Lass doch mal alle hier sammeln. Kommt doch mal alle her gerade. Nein, nein, nein. Wir sollten nicht auf einem Fleck sein. Warte, warte. Er will uns sammeln, dann will der Meteor auf uns ballern. Nee, ich will nur zwei an die Wand stellen. So, warte mal. Weil Jen hat sich... Alter. Fee, Alter. Fee, was war das? Das war ja richtig schlecht. Ich wusste von Anfang an, das ist Fee war. Ich wusste es. Sie hat die ganze Zeit beobachtet. Es ist schön, jemandem vertrauen zu können in den Spiel. Aber Korkste, Korkste. Hey, ich war die ganze Zeit neben dir. Was laberst du? Nein, du warst hinten. Du standst hier, hast geworfen. Hä? Nein, ich war neben dir, Trottel. So, ich war letzte Runde bis Map-Change, ey. Ist gut, Lazy. Sehr hoffentlich. Versteht das da? Ja, ja. Ah, ja, da oben. Echt. So grog, ey. Mann, wieso ist das noch nicht mehr in diesem Takt, Turm? Ich will hier gar nicht drin sein. Ich will hier auch wieder raus. Ich erschieße dich auch dieses Mal einfach auf Verdacht. Hä? Das war voll offensichtlich, ey! Ja, ja, ja. Was willst du von mir? Verpiss dich mal! Ey! Komm, spring ins Wasser, geh doch ins Wasser. Nein! Wieso springst du nicht einfach ins Wasser? Lass mich in Ruhe. Ich springe auch ins Wasser. Verpisst euch mal! Ne, ja. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Nein, jetzt, wir wollen doch bei dir sein. Wir wollen nicht beschützen. Oh nein! Ey, wer ist da? Wer ist da auch geflogen? Jemand ist da auch geflogen. Ich will raus aus dem Turm. Wartet auf mich. Oh, oh, sorry, Carion. Warst du das? Wartest du nicht? Ey, jemand ist da oben! Ne, Carion ist das. Carion ist das. Alter. Hallo, ich bin alleine. Wenn ich sterbe, war ich's nicht. Was war das denn jetzt? Das war Carion, das war Detektiv. Ja, ja. Ich schau mich um. Einfach Spider-Man, ey. Hilfe! Ich komm nicht raus! Das ist auch eine Traitor-Waffe. Das ist die Graveling-Hook. Das hab ich auch gerade gemacht. Ich bleib bei dir, mein Freund. Ey, ich komm nicht raus! Ich bin alleine! Wo bist'n du? Im Turm. Im Turm! Oh, ich bin draußen! Hallo! Er fliegt da die ganze Zeit rum, Mann! Ja, ich beobachte euch! Ach, du bist das! Warte mal! Ah! Du willst mal vertäuscht ihn nicht. Warum nicht? Ey, Foki, wie sagen die das tausendmal? Was ist das denn? Ah, du hast... Was weiß ich jetzt? Das ist nur ein Spider-Detektiv. Wer ist weg? Wer ist weg? Ey! Ah! Hilfe! Was passiert? Was passiert? Sag mal, macht der Detektiv auch was? Der fliegt hier noch rum und piekt gar nichts, oder was? Nein, der fliegt noch rum und verdächtet alle Leute! Ey! Der war direkt hinter mir gerade. Ja. Und dann ist ein Ding in uns eingeschlagen. Und dahinter war Kalle. Ja. Ich glaub, es ist, glaub, Foki. Ja, aber ich war fast erschlagen worden. Deswegen muss man doch werfen, oder nicht? Das warst du! Du hast geworfen! Warum warst du hier? Muss man das hier? Ich kann das alles nicht mehr. Wie so eine Granate? Ich bin Einsiedler. Lass mich in Ruhe. Ey, Geist! Wie die schon mal den Strahl geworfen haben, ey! Ah! Alter! Ey, ist sowas schon Falle. Nein! Es ist Foki! Es ist Foki! Es ist Foki! Er schießt auf mich! Ich will ihn nicht, weil ich dumm bin! Ich sag Foki, ich wusste! Es ist Foki, 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 100 Pro! Oh, bitte, bitte! Mann! Alter, wer schießt denn hier? Mein Gott! Okay, ich hab auch auf ihn geschossen. Er ist es gewesen. Das war so klar. Okay, ich hab auf ihn geschossen. Ja, das glaub ich nicht. Das war Asta. Asta, wenn der Asta so sagt... Oh! Was war das? Hey, warum sagt sie... Asta, Junge! What the fuck! Yo! Warte mal, warte mal, warte mal. Was? Hier ist noch jemand. Ja, wer lebt denn überhaupt noch? Ey, kurz stimme aus dem Jenssatz. Ich bin kurz wunderschön ohne AFK, ja. Okay. Bist du... Ne, du bist es nicht. Ich bin es auch nicht. Nein, die Leichen identifizier dich mal, bitte, alle. Ja. Wie mach ich das? Einfach E. Wird E, ja? Was machst du da? Ja, ich trau dir nicht. Ja, ich bin es nicht! Warum hast... Was? Ich bin es nicht! Was? Warum hast sie dir denn nicht angefangen? Nein, nerv nicht! Alfa! Alter, das war doch so klar, dass sie das enden! Ich schwör's ja, ihr seid alleine, Alter! Ey, geh mal, geh mal, geh mal! Ich hab das auch nicht gewusst! Oh mein Gott! Ey, lass mal... Wollen wir nicht mal eine Minecraft-Map nehmen? Okay! Warum nicht erstmal Crusty Crap, mein Freund? Erstmal Crusty Crap, das hat er sich ja vorhin gewünscht! Ich schwör's dir! Hier! Ich schwör's dir! Ich schwör's dir! Äh... Ich muss sagen, ich find Among Us irgendwie cooler! So in diesem... Ne, ich nicht! ...andüngenspiel! Weil das ist super chaotisch einfach nur! Ja, ist das! Und alle wollen oben! Oh, endlich ist Musikin! Oh! 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 Ich hab wirklich Dings bekommen, ey! Depression! Ja, Mann! Ja, Maxima, weil du fastest, Junge! Ja, gleich ess ich dir da rein! Schau ich rein! Oh, ne, nicht schon wieder! Ja, Mann! Geil! Nein, Alter! Ja, Mann! Jetzt hab ich keine Musik! Ich auch nicht! Ja, das ist jetzt Musik! Ja, gleich Tiny Tim! Das ist alles hier, was man hat? Naja, ist halt die große Krabbe, ne? Ja, das ist geil! Das ist ja viel besser! Oh, ich wollt schon immer mal hier rein! Nein! Alter, ich hätte gerne einen Krabbenberger! Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! Ey, hier gibt's doch keine Waffen, Alter! Nee! Ja, so glaub ich grad auch! Echt nicht? Das ist grad gut, das ist perfekt! Was ist, wenn jetzt einer eine Waffe hat? Ja, super perfekt, weil dann die Traitor überhaupt kein Vorteil hat! Dann ist das eine scheiß Map, glaub ich! Ja, das ist wirklich scheiße! Wollen wir uns kurz alle wegmachen? Ey, einer hat die Krabbenberger vor mir geklaut! Wir sind noch 10 Sekunden aufs Gerät, lass doch einmal! Okay! Ja, dann lass uns kurz schauen! Also, der... Was wollt ihr machen, Alter? Ich hab ne Waffe hier nicht! Was wollt ihr machen? Achso, jetzt verstehe ich, warum jetzt scheiße fettet! Ich dachte, niemand hat ne Waffe! Nee, aber er hat sich die Dingens gut! Geh mal weg, Digga! Komm, was willst du denn? Geh mal weg! Oh, der ist so schlecht! Ich sterbe! Ja, das ist so scheiße! Lass uns einfach mal ganz kurz weghauen, schnell! Ja! Das ist dumm! Dann machen wir kurz den ersten Match! Ich wusste schon, dass du das willst! Ist noch jemand da? Ja, ja! Ja! Und schlag auf ehrlich! Was ist der Meteo eigentlich? Wo ist der? Das ist der Friendship Beam! Der Regenbogen! Ja! Der Friendship Beam! Der Absatz ist ein Bist! Ein Witz! Das ist essay. Da geht los. Was? Als nächstes. Du kannst. Du kannst. Was? Du kannst. Ja! Travart. Du kannst. Du kannst. Mannschaft. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Vielen Dank. 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 Ja, das höre ich auch immer neben Bohr-Geräuschen am liebsten. Du hast einen Nachbar, der das hört die ganze Zeit. Boah. Was ist hier? Was ist hier Waffen? Ja, die ist auch ein bisschen größer wieder. Ja, der Berg, der Berg, ich weiß nicht, ob es in den Berg noch reingeht. Kann man auch tauchen? Ertrinkt man? Ja. Du ertrinkst ihn. Okay. Wie kommt man denn hoch jetzt? Ich bin wirklich nie Traitor. Also wirklich, das ist echt insane. Ich bin jetzt irgendwie zweimal in den ganzen Runden Traitor gewesen. Wer ist denn Traitor? Ja, das macht nix. Stürbler bei dem Lava? Was war das? Ja, aber das macht nix. Guck. Guck. Guck, ich stell mich da selber rein. Hier. In der Lava? Ich hab Schaden bekommen. Ich auch, wegen Feuer. Hier, guck. Wo gehst du denn geschossen? Waller, das war Feuer, Bruder. Waller. Okay, ne. Okay, wenn der Waller... Irgendwer schießt. Irgendwer schießt. Ich hab auch den TNT-Block hoch. Was ist hier? Ey, schluss! Was? Oh, die Waffe will ich haben. Wo soll ich denn? Oh, voll die schöne Map, ey. Ich geh mal auf K... Also, ich geh hoch auf den Berg, meine ich. Nicht auf K. Komm, Panik, fiel das hoch. Einer schießt auf mich! Einer schießt auf mich! Einer schießt auf mich! Ja, weil du hier ohne getötet hast! Wer? Alter, Kalle! Jetzt stirbt doch! Alter, Kalle! Ich hab ihn... Weil er ein Traitor war. Ihr seht's ja oben rechts, ne? Ich hab ihn getötet. Ja, aber Kalle war auch wirklich selber zu zeigen, was er gerade gesagt hat mit dem, dass er ein Traitor ist. Das hätte ich mir schon so geglaubt. Mein bester natürlich, Kalle, ne? Wüsste es nicht. Ja, naja. Oh, geil. So, er hat nämlich hier vorher noch... ...befolge getötet. Ja, äh, Innocentor. Okay. Ich find niemals jemanden hier. Guck mal hier runter. Ist es halt nur noch Jen, äh, könnte es sein? Au! Lol! Jen, Kalleon, oder Gork, oder Panikfee? Ja, ich bin direkt hier. Alter, die Map ist ja zum Glück nicht klar. Die ist ja riesig. Dann Jen, es geht, Jen, Kalleon. Traitor-Tester now available? Was ist das denn? Oh, es gibt irgendwo eine Traitor-Tester. Äh, mit diesen Magneten, die könnte die Leichen hin und her schmeißen. Ja. Ach so, Jen, hinter dir. Was? Okay, gut, ich wollte nur kommen. Machst du da eine Leiche in der Hand? Oh, ich hab auch einen gefunden. Das ist sehr unkriminell, glaube ich, weil Kriminelle haben nicht so viel Angst. Okay. Komm mal noch mal zu dem hinteren Teil des Bergs, bitte. Also auf der... Da, da, da ist... Ey, 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 kann mir bitte jemand herkommen? Komm, ich mach das ernst. Komm, ihr beide irgendeiner zu mir. Ja. Was denn? Äh, wo seid ihr? Wir sind im Dorf. Wir sind alle zusammen, du bist der Einzige, der eigentlich... Okay, okay, wo seid ihr? Da seid ihr? Bitte alle mitkommen. Oh Gott. Ich bin, äh, äh... Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Wir haben auch gerade noch ein Gorkeswald. Wir haben auch gerade noch ein Gorkeswald. Okay. Ich hab nämlich was gefunden, Leute. Komm mit. Aha. Na, kommt da jetzt ein Sokomotive? French Abim! Oh Gott. Oh, meine Güse. Ich versteh das nicht. Warum geht das nicht? Du bist da reingelaufen. Ach so. Dass ich selber mitgetötet habe. Sorry, dass ich dich alleine gelassen habe. Denn ich hab nicht gedacht, dass Kalle mich sieht, wenn ich Foki töte. Ich versteh das nicht. Das war ja weird. Mann, ich hab den nicht verstanden. Ich bin auch neun im Spiel, ja? Ja, entspann dich mal. Hm. Also wenn Sto rumschreit, dann weißt du, der ist das, Digga. Ohne Spaß. Ich hab ihn jetzt, äh, ich weiß wie erzählt. Okay, gute Analyse an dieser Stelle. Direkt durchschaut, Mann. Sehr gute Analyse. So. Ah, hier ist ein Video. Mein Gott, ey. Okay, erst mal mein Freund. Jetzt ist das nicht. Jetzt ist das nicht. Jetzt ist das nicht. Du bleibst jetzt stehen. Du bleibst jetzt stehen. Bitte mich. Ich werd, äh, dich analysieren. Du kannst dich analysieren. Du weißt das ja nicht mal. Du weißt das ja nicht mal. Äh. DNA-Scanner will ich machen. Wie geht das? Ich... Oh, was ist das? Äh, da oben, da oben. Da ist einer da reingerannt. Wo? Bei den beiden. Panik-Fee oder... Wer ist bei dir Panik-Fee? Ich mach nix. Ich seh niemanden. Das ist Fee. Da oben. Rock. Das war Rock. Rock war das. Der haut ab. Der ist oben. Warte, ich werd jetzt nix. Da hinten, da hinten, da hinten. Ich mach jetzt nicht. Ne, da ist ein Panik-Fee. Hint. Hörer, ey. Ich bin heute da. Ich verkriegt nur. Habt ihr Gorg gesagt, ist es? Ja, hundertprozentig. Ich hab ihn eigentlich getötet. Und? Ey, warum schießt du? Ich dachte, du wärst Gorg. Panik-Fee hat einfach auf mich geschossen. Ja, einmal. Aus Verständnis. Gorg ist Traitor. Gorg ist Traitor. Was passiert ihr? Ey, hallo? Jemand hat auf mich gesch... Habt ihr gehört? Ich hab Gorg getötet. Ey, da wird jemand gesnipet. Alter, die snipen sich alle... Hast du? Ey, warum schießt du? Du bist du Schwanz. Nie. Alter. Ja, wer soll's denn sonst sein? Ich dachte, Gorg. Sein Maul, der ist schon tot. Ah, bitte nicht. Ich hab Kinder. Ja, komm doch her. Ja, guck mal. Ja, das war so easy, ne? Dich zu durchschauen. Oh mein Gott. Da hast du schon mit deiner Sniper irgendwo... Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Lohnt sich nicht für dich. Komm doch raus. Schau dich. Ja, ich bin unten, ich bin hinter dir. Hinter dir bin ich. Ja? Wo denn? Da bist du ein Feigling, ganz ehrlich, ne? Was denn ich bin ein Feigling? Komm doch! Oh mein Gott. Was ist denn jetzt passiert? Jenny war auch noch da. Ach so. Ja, der war die ganze Zeit voll leise und so, ne? Ja, kein Problem, ne? Ey, wenn ich einmal im Fernsehen Thomas die Lokomotive seh, schlag ich mein Fernseher kaputt, ne? Jedes Mal, wenn Gorg es ist, haut der mir ein. Ding, 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 ding! Vor allem, wir sind da so grad am schnacken, auf einmal ding, 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 ding! Panikvieh war so verplant. Er war neben ihr. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab ihn wirklich nicht gesehen. Ich hab ihn wirklich nicht gesehen. Das hätte auch genauso gut Panikvieh sein können. Aber ich möchte nochmal sagen, ich hab wieder recht behalten, ne? Ich war wieder kein Traitor. Und wie sieht's jetzt aus? Ich bin wieder kein Traitor. Das glaub ich dir diesmal nicht. Ich glaub's ihm auch nicht. Irgendwann wird das machen, wenn das dann plötzlich läuft. Okay, lass ihn direkt abknallen, damit er keinen Spielspaß hat. Ja, aber nicht, Pocky. Du hast mich auch gerade wieder einfach mal abgeraucht. Warum kommst du denn so spät vom Schiff? Hast du noch eingekauft? Ja, ich hab geguckt in der Kajüte, nämlich gab's Aufwaffen wie die Farmers hier. Da guckt ja keiner rein. Wer war da am Schiff? Wer war da am Schiff? Na, ich? Ey, was war das? Was war das? Ich hab ein Jetpack. Guck mal, ich bin Detektiv-Yoga. Wow! Ich brenne. Hab ich Pfeil-Damage? Ey, wer ist da ganz oben? Gork ist wieder ganz oben. Ja, aber es ist nicht Gork. Ich hätte jetzt mal jeder runter, muss man dazu sagen, ne? Ja, kein Problem, aber ich wache über euch. Ich wache über euch, ja? Ich vertraue dir nicht. Warum? Warum? Was hab ich wieder gemacht? Ich hab hier diese komische LMG. Gibt's irgendwas anderes? Ich glaub, Schlo hat recht, Digga. Du hast hier eingekauft. Ja, guck mal, schließt in die Luft jetzt. Guck mal, oh, was jetzt? Hat er schon mal ganz oben? Ja, und? Ich schieß auch hier und jetzt? Wer wurde denn hier angeschossen? Irgendjemand? Hier ist doch Blut. Ich hab gebrannt. Ich nicht. Warte mal, wer... Also Astat dahin geguckt. Alter, mach nicht deine Scheißsachen. Ich versuch die ganze Zeit ne Waffe. Ich find nur diese blöde Maschinengewehr. Du hast eine in der Hand, mein Freund. Ja, aber mit der Kamera... Guck mal, wenn ich jetzt auf ihn schießen will, dann geht das halt nicht. Hast du... Bringst du mich um? Hör auf! Geh weg von mir! Du hast Sniper gekauft! Ich dachte... Die ist hier gedroppt, Vogel! Es reichen mir gleich mit dir. Aufm Schiff? Ey! Aufm Schiff... Es ist... Der, der aufm Schiff noch lebt... Aufm Schiff wird geschossen. Alter... Es ist Astat. Es ist Astat. Nein! Es ist Gorg! Doch, es ist Astat. Es ist Gorg! Gorg ist bei mir! Gorg ist bei mir! Es will doch jemand! Astat! Ich muss Astat sein! Ich muss Astat sein! Ich muss Astat sein! Ich geh identifizieren. Bist du jetzt auf mich? Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott! Mein Gott! Astat ist innocent! Astat ist innocent! Hilfe! Piz! Geh doch hin! Wohin? Nein, ich trau mich nicht! Wo ist der? Wer ist es? Ja, guck uns die Leiche an! Ob der Traitor war! Ich trau mich nicht! Ich geh da nicht hin! Ich hab doch geschossen! Achso! Ich bin Detektiv! Keine Sorge! Ich hab Carion im Blick! Ja, aber du kannst auch ein Traitor sein! Bist du bescheuert? Ich trau dir nicht! Wer? Hell! Achso! Ja, ich hab ihn aber im Auge! Ich hab ihn im Auge! Ich hab ihn im Auge! Was ist das? Welchen denn da? Wenn du jetzt ballerst, Junge Carion! Ich baller dir deine Schnute weg! Na, willst du mich zuerst wegballern, ha? Hallo! Äh? Äh, ja! Siehste? Bam! So ein Ding! Okay! Wer ist noch da? Da liegt noch jemand im Wasser! Wo? Ähm, in der Nähe! Genau! Du läufst darauf zu! Wo? Im Wasser! Links! Links! Wo siehst du mich eigentlich? Hier hinten ist er! Ah, da! Jetzt geradeaus! Genau! Und den hast du auch erschossen! Nee! Der wurde von Kalle erschossen! Geht nicht! Sind wir die einzigen noch hier? Oh Mann! Ich geh unter! Ah! Sind wir die einzigen? Ähm... Wissen wir nicht! Foki? Was mit Foki? Wo ist Foki? Na ja! Ich geh mal, ne? Da oben! Was ist da oben? Wer ist das? Wieso tust du die Leute nicht hininfizieren? Weil ich es nicht hinkriege! Es ist im Wasser! Machst du doch! Du klug Scheiße! Guck mal! Guck mal! Das ist fehl! So nicht mit mir nämlich! Ganz im Ernst! So ne Scheiße höre ich mir hier nicht mehr an! So! So! Weiter geht's! Boah! Nee, das machen wir aber nicht, Tunnel! Das machen wir aber nicht! Warst du Trader-Caller? Oh mein Gott! Ich war voll im Trader-Sandwich! Ey, ihr seid so ne... Gork schießt, Alter! Hab ich mit dem Beam irgendjemanden getötet? Ist da jemand gestorben? Ey, der Gork geht immer da hoch! Ich dachte, der Beam kann nur von Foki oder Aster gekommen sein! Weil ich dachte immer, der Riss auf uns alle da wegschnipen! Ich verstehe nicht! Ich verstehe nicht! Ich verstehe nicht! Mit dem Beam schickst du so einen Laser-Pointer und kannst irgendwo hinpointen! Weil da kein anderer war außer den beiden! Muss es einer von denen gewesen sein! Ich wusste nicht, dass der auf Range geht! Ja, du kannst halt auf irgendwas zielen und dann abfeuern sozusagen! Ich bleib jetzt by the way auf dem Schiff, nur falls ihr euch fragt, warum? Einfach nur so! Warum? Ja, weil ich Traitor bin! Ja, warum? Mann, ich bin diesmal wirklich ein Traitor! Ja, ich auch echt wirklich nicht! Ich schwöre hoch und heilig! Hm! 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 Die Lava eigentlich will ja, ne? Ja, und auch wenn du zu lange unter Wasser bist! Ja, ich bin aber die ganze Zeit hier schon! Hey! Wie kann ich hier DNA-Scan machen? Was da explodiert? Alter! Purki, ganz im Ernst, wenn du das nochmal fragst! Wie geht das denn? Ich kann das einfach nicht mehr! Ich weiß die Disco-Granaten! Ach, Enter! Nein! Bing, 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 bong! Wie ist das schon wieder so ruhig? Ja! Sind schon wieder so viele tot? Nee, nee! Ist ja noch nicht! Wie kommen wir hier wieder runter, Phil? Ich sehe noch hier einige rumlaufen! Ja, weiß ich nicht! Also wenn ich springe, bin ich halt tot! Ja! Mach das lieber nicht! Ähm! Also ich hatte vorhin schon dieses Problem! Vielleicht ins Wasser! Ins Wasser springen! Ich springe ins Wasser, oder? Okay, du vor! Okay, los! Juhu! Okay! Okay! Bist du tot oder lebst du? Nee, ich bin nicht tot! Hey! Auf mich wurde geschossen! Asta! Gott! Komm hier runter! Komm hier runter jetzt! Was hast du... Es ist Gott! Der hat eine Armbrust in der Hand! Der wichsert! Was? Asta ist es! Was? Du Arsch! Er ist! Er ist! Du hast an mir vorbeigeschossen, du Trottel! Hey! Wer schießt da auf mich? Ich schieß auf dich, weil du auf mich geballert hast! Nee, hab ich nicht! Wie hast du nicht... Von da kam safe ein Schuss in meine Richtung! Nee! Ich dachte, Gork wäre zu irgendwas geschossen! Nee! Asta! Wie Asta? Wo ist denn Asta jetzt? Ich hab schon wieder einen Hit bekommen! Asta ist weggelaufen! Bei mir ist was eingeschlagen! Irgendwo vom... Was passiert bei euch? Achtung! Furki! 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 Irgendwo von der Insel aus! Hä? Wer bleibt hier übrig? Ich bin hier runter geschwommen! Das ist Kel 100%! Hallo, ich leb auch noch! Nein! Ich glaube nicht, tatsächlich! Wenn du glaubst, das ist Kel ist, dann sag Bescheid! Nee! Ich glaub tatsächlich, das kam von der Insel! Und ihr glaubt, das ist Kelion? Nee! Warte mal! Wo bist du, Schlo? Warte mal! Neben dir, Furki! Die ganze Zeit! Dreh dich um! Okay! Hier fliegt ein Schaf rum! Warte mal, Jen! Wo bist du? Ey! Ich mach doch gar nichts! Das war nicht ich! Das ist Jen! Nein! Nein! Na, wer ist hier bei mir? Welches Arschloch ist hier? Hm! Na komm doch raus! Also ich bin beim Boot! Ja, wer bist du? Ja, wer bist du, ha? Ja, ich weiß genau, wo du bist! Mit deinem Schaf! Gorg verwendet gerne Schaf! Wo ist der denn? Weiß ich nicht! Nee, nee! Nee, nee! Ich hab das Detektivschaf verwendet, ja! Aber ist ja wohl ein bisschen was anderes! Asta sneakt hier noch rum! Ach so? Ja! Der Piu Piu? Ja, ja! Der hat Kalle umgebracht und jetzt rennt da hier irgendwo sneaky rum, der Penner! Oh! Was war das denn? Alter! Kurki, was soll das? Alter! Kurki hat uns einfach alle abgeschossen! Alter, der ist erschrocken! Einfach alle? Nein! Ich dachte, du bist das! Ey, ich bin einfach... Bin ich ins TNT? Ich dachte, der Schief muss am besten gar nicht schießen, oder? Ja, ich wollte auch nicht! Oh, ich wollte auch nicht! Aber ich hab drei Leute getötet! Oh Gott! Nee, er hat drei! Aber am geilsten war, wie Schloda einfach weggeknallt ist! Ja, ich wurde einfach von einem Schaf gebumst! Das war geil! Mein Kenz! Ey, Junge! Und ihr hört auf diesen Scheiß Gork! Ich seh ihn mit Crossbow! Ey, was? Ey, was? Ich kann doch kurz pissen gehen, oder? Ja, klar! Ja, klar! Sag nur, was du bist, damit du die Runde dann... Ich bin in North Sand, in North Sand mein Freund! Ah, okay! Soll ich ihn töten? Ich bin Detective! Ja, wenn du weißt! Könnt ihr einen Traitor einfach kurz flukikillen? Okay, ich mach das! Oh, schieß doch nicht! Ich hab mich doch nicht! Er hat einfach auf mich geschossen! Aber ich glaub... Oh, ey, war... Warte mal! War da diese TNT-Block? Herr Calgon hat auch in meine Richtung geschossen! Ich dachte, er will mich einfach... Ah, okay! Vielleicht ja Detective! Also, was soll ich machen? Verrufter Detective! Das ist jetzt wirklich gelaufen! Tut mir leid! Ich glaub, da wollte ich mich hin! Kann ich nachgucken, was der ist? Weil der schwimmt! Oder kannst du Alt-E machen auf ihn? Äh, warte... Oh mein Gott! Ähm... Nee... Kann ich leider nicht... Aber ich hab auch ein bisschen Schiss, weil ich bin mit dir hier so ein bisschen alleine! Ich hätte dich schon längst getötet, wenn ich's will! Weil, guck mal, hier ist kein anderer! Schau! Irgendwo Schuss! Irgendwann Schuss! Da vorne kommt Gorg! Ich bin's da! Oh, er hat was geschossen, ne? Gorg, er hat was geschossen! Ja, ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen! Gorg ist es auf jeden Fall, Leute! Gorg! Gorg ist es, ja! Wo ist Gorg? Oben, hier, oben, hier, oben, hier, oben, 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 rechts, oben, rechts! Bist du durch! Scheiße, Mann, ich hab mich verlaufen! Ah! Ich find euch nicht! Harbin, Harbin! Nice! Na, geil, mach, was er solltet! Kannst du, äh... Ist Traitor, ist Traitor, ja, steht oben rechts, oben rechts muss kommen! Du kannst es halt immer noch sein, ne? Vielleicht hat er einfach... Ja, kann sein! Es gibt ja auch einen Traitor-Chat, ne? Seid ihr? Das weiß ich ja, ne? Ich bin die ganze Zeit bei Schloh, ich bin die ganze Zeit bei Schloh! Wer lebt denn noch? Ich! Ist Jenny schon tot? Ich weiß nicht. Scheinbar. Okay. Oder sie ist halt auch Traitor, ne? Was mit Asta? Ja. Okay, dann ist entweder Fee oder die Person, die nicht redet. Chat, ich bin kurz... Ups, sorry. Lol! Ja, kein Problem. Furki! Lol! Hier liegt ne Leiche. Oh, vielleicht ist Furki gar nicht AFK gegangen! Und ist jetzt so Dings-mäßig unterwegs, weißt? Oder der war AFK und war halt trotzdem Traitor. Aber vom Schiff kommt keiner runter. Wer seid ihr denn? Ich bin bei dir. Wer ist das? Schloh, bist du das? Okay, du bist Schloh. Warte mal. Schloh ist es! Mann! Mann! Du bist die Letzte, die lebt! Schloh ist es! Schloh ist es! Schloh ist es! Ich werd dich abknallen. Ich bin's nicht. Aber ich werd dich töten. Schloh ist es! Ich hab auf mich geschossen! Ich hab nichts gemacht! Scheiße! Warte mal! Wieso? Hä? Ich hab doch hier diese Diegel in der Hand! Okay, ich versteh das Spiel! Warte mal! Warte mal! Ey, jetzt nicht schießen! Okay? Hä? Nein! Du bist der Detektiv! Wieso hab ich diese Gott? Warte! Ich schieße ich nicht auf dich! Ich hab jetzt wirklich mal eine Frage! Ja! Bevor du jetzt mich tötest! Ich töte dich! Lass mich kurz ausreden! Jaha! Ich hab jetzt diese goldene Diegel in der Hand! Jetzt hab ich auf Schloh geschossen! Ja! Aber ich lebe noch! Aber er ist nicht Traitor! Hä? Ja, dann lebt noch jemand! Dann müssen wir gucken, wer noch lebt! Oh Gott, geh hier weg! Nimm Deckung! Ja, jetzt machst du dich ein bisschen... Oh mein Gott! Das tut mir leid, Schloh! Das Alter, wenn... Ich war so was von... Trusted, Kalle! Du hast auf einmal auf sie geschossen! Ich war nicht in der Nähe! Ich hab's überlegt, weil sie die letzte war! Ja, das ist ja richtig! Ja, das ist ja richtig! Wo? Terrorception! Ich wusste nicht... Aber wie sagt die Diegel nicht funktioniert? Ich müsste doch umfallen eigentlich, oder nicht? Ja, du gehörst halt auch zu den... Vielleicht ist es nicht die Golden Diegel, sondern einfach nur normale, starke Diegel! Ja, okay! Was ist Golden Diegel? Normalerweise ist es... Der, die tötet dich, wenn du auf den Unschuldigen schießt! Leute, waren wir ein bisschen wenigstens ohne Trigger Finger? Ja, ja, ja! Also, es war ja auch die halbe Lobby nach 10 Sekunden tot irgendwie, ne? Naja, ich bin runtergefallen vom Schiss! Na gut, die Traitor dürfen ja töten! Jut! Jaja, genau! Oh, hier sind 1000 Eros! Jaja, also... Oh nein! Wirklich! Oh ja, ja! Das ist wahrscheinlich hier CS Source Texturen und so... Oh, das hab ich bei mir im Inventar, wenn ich Traitor bin! Naja... Ja, ich auch! Ganz ehrlich, Marcel, das ist noch ausbaubar, ne? Ja, aber ob hier Eros sind oder nicht? Egal, ich spiele sie eh scheiße aus! Es geht ja um Spaß! Ja, warte, tatsächlich! Ja, wenn die das trotzdem zocken können, dann... Also, ich hab überhaupt keine Ero, aber ich hab auch CS4 instandiert! Ja, dann wollen wir ja mal weiter trotzdem zocken? Ja, ja, mich... Ja, klar! Okay! Also, mich stürzt nicht! Oh, Junge, geh mal auf die pinken Felder! Oh! Nee, Digga, das macht mein Auge kaputt! Ganz ehrlich, lass dir schmecken, hast dir verdient! Du bist ein bisschen geiler! Ach, ich werde eh meine besten Freunde sein! Alter, hier kann man rein? Ja, anscheinend! Wollen wir rein? Ey, Jen, ich scroll auf die ganze Zeit mit dir in der Lampe, die mich beschützen kann! Hier vor uns! Okay, gar kein Problem! Komm mit! Du bist erst an der Kanalisation! Also, Leute, ich schlauf die ganze Zeit mit Jen! Falls ich tot bin, ist die Lasse! Falls ich tot bin, ist die Lasse! Okay! Hier ist also mega geräumig! Gork haut uns keine Lokomotive in die Fresse, der ist Detective! Sehr gut! Heißt nicht! Korrekt! Hier geht's wieder hoch halt, ne? Ja! Boah, kann mir auch sein Prinz Albert in meine Fresse hauen! Oh, okay! Hallo! Wer ist das da? Ding, 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 dong! Wo seid ihr überhaupt? Ich bin bei Gorku! Ich weiß nicht, die Lab ist riesig, glaube ich, kann das sein? Ja, aber das ist nice zum... Ähm, warte mal, Jen! Der ist ein bisschen sass! Wer? Ja, hier! Ich glaube, was ist das? Äh, nein, ich meine... Hartmut! Gork, Gork, warte mal hier bitte! Ah! Kannst du scannt, Gork? Kannst du DNA-Test machen? Kannst du DNA-Test machen? Mach mal DNA-Test bei dem hier! Du hast einen Raketenwerfer... Alter! Ich hätte schon längst gekillt, Karne! Bock! Will mal ehrlich! Mach mal DNA bei dem hier! Und du bist ja auch! Ich bin übelst geil weiter! Was? Was für ein DNA? Wem? Was? Du kannst ja gucken, ob der Dienst ist oder nicht! Wer? Hier! Hartmut! Da! Na mal Panik, warum bist du verletzt? Was soll ich mit ihm machen? Weil ich runtergefallen bin vom Dach! Achso! Hier ist er ja... Ein Friendship Beam und die Hälfte wäre weg! Hm, ich stell mich mal lieber ein bisschen zu sein! Kann ich nicht! Geht nicht! Was macht ihr da? Ey, ich mach das nicht! Geh ja nicht hin! Seht nicht alle auf einem Haufen... Auf einem Haufen! Wer ist da? Hm? Du stehst dich aber gerade so hin, als würdest du richtig anlegen, Panik, Abgesagt mit dem einen Friendship Beam und man wär weg! Ich hätt's gemacht, wenn ich Traitor wär! Also jetzt Real Talk! Das stimmt! Aber vielleicht versuchst du auch Gedanken einzufladen! So staust er nicht! Nee, nee, so schnau bin ich nicht! So staust er eigentlich nicht! Und Kalle ist das auch nicht! Weil der hätte mich längst weg gemacht! Da bin ich wirklich sicher! Da schießt jemand! Da schießt jemand in dem Raum! Ja! Es ist Panik, 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 Panik! Wieso schießt du Furky? Hör auf! Das ist Kalle! Wo ist sie denn? Der ist doch... Der kann nicht lügen! Der kann nicht lügen! Der kann nicht lügen! Das ist Kalle gewesen! Der hat gelacht dabei! 100%! Aus Hartmut! Ja! Junge! Furky, das war so random, Alter! Das war so random! Alter, du Arschloch! Ich hab ihm vertraut, du Wichser! Ich wusste, dass Hartmut auch die ganze Zeit war, Digga! Ja, Digga, Furky, du laberst so ne Scheiße! Du hast mich einfach abgekleidet, nur weil du Bock drauf hattest! Äh, nein, du hast gelacht! Hä? Hä? Okay, ja, ich hab gelacht! Und? Du darfst nicht lachen, du musst ernst bleiben, mein Freund, weißt du was! Okay, ja, gut! Ja, ich komm! Du Meisterdetektiv, du! Ja, Rok, ich hab deine Arbeit geleistet, du... mein Freund! Ich war doch gar kein Trailer! Ich war doch gar nicht, du Dummkopf! Achso, sorry! Ist doch egal! Bist du dumm?! Bist du dumm?! Bist du dumm?! Wir haben doch gewonnen, meine Freunde! Oh, Mann, ey! Oh, der Kaffer ist unvermacht! Ey, das wär so weird! Ey, Leute, guck mal ganz kurz! Ich bin... Noncent! Ich kaufe keine Waffen! So! Okay! Ja, okay! So! Also, wenn er aufhört mit Essen, ist er Trailer! Wir haben so Bock, Gorki zu Revention gerade! Kannst du das Ripp nicht aufhalten, Digga? Ich will trotzdem weiter essen! Da fliegt ne Granate! Ja, es war eine Spork, hab ich geworfen! Wie sieht denn der Jetpack aus? Ich bin halt nämlich Dingens! Gork steht am Dach da oben! Ja! Wo seid denn ihr? Warte mal, wenn Gork da oben steht, der will uns snipen, 100%! Was für ein Snipen! Ich hab nicht mal ne Sniper! Kannst du doch kaufen als Trailer! Ähm, Trailer! Ja! Muss die mal erstmal Trailer sein! Ey Leute, lass mal Gork abfangen, ganz ehrlich! Abfangen? Es gibt noch gar kein Konter dazu! Hör mal auf jetzt zu kaufen! Hör auf zu essen! Spiel das Spiel! Sonst muss ich dich töten! Du wirst übrigens als Trigger Happy eingestuft! Ich hab dann... Ich kauf keine Waffen, gar nichts! Guck mal! Ich hatte mich nicht da runterkriegt dadurch! Ja! Theoretisch! Minuskammer! Oh! 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 Das war so ne Disco, oder? Ja, das war Disco, meine selbst! Oh! Ein Schaf? Wo? Ich hab's doch gerade gehört, oder? Da, 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 da fliegt! Was? Da fliegt, ja! Das macht Dauer! Irgendwas war mit Damage! Oh! Hier hin! Hier hin! Hier hin! Hier drinnen! Hier drinnen! Hier drinnen! Rechtsrum! Das ist gerade in der Hand gehabt! In dieser Polizei-Station ist einer drin! Irgendwas schießt! Da! Alter! Ja! In der Nummer 13 hier, ne! Foki, was machst du? Kaufe ein? Ich hab' gefasst nisch! Okay, okay! Ich hab' gefasst nisch! Ich hab' gefasst nisch! Ich hab' gefasst nisch! Ich bin's nicht! Ah! Denn is is! Hey! Komm! Ich hab' Jenny getötet! Hä? Ich hab' Jenny getötet! Jenny war Traitor! Jenny war Traitor Hast du Angst? Warum bist du verletzt? Jenny hat keine Ahnung Jemand hat auf mich geschossen Panik, Fee ist es nicht Ich glaube, es ist Fee, weil der wieder Schafe gemacht hat Nein, die kamen von einer völlig anderen Richtung Nein, die Schafe kamen aus dieser Polizeistadt Die kamen aus einer komplett anderen Richtung Ich stand da hinten Wo jetzt Fee drauf ist Ich habe Jenny getötet Sie war Traitor Da oben ist Ich bin hier Foki, was war das? Ich habe was beruhigt Es ist so typisch Asta Der war ein Schafgeheil Es ist so typisch Wer macht die Sounds? Da ist noch eine Taschenlampe im Haus Da ist noch einer drin Trauer ich nicht Warte mal, wo ist die? Da oben, Patep ist das Ich habe nichts gemacht Im Haus, im Haus Der letzte Traitor ist im Haus Es ist keiner von uns Es ist nicht Foki, es ist nicht Gurk Es ist nicht Panik, es ist eine andere Person Wer ist das denn? Schlo Alter Marcel, du bist so blöd Ey, glaubt nicht, was ich gemacht habe Ich habe mir ein Battle geliefert Mit meinem Spiegelbild Ich habe die halbe Runde damit verbracht Gegen mein Spiegelbild zu schießen Ich denke, warum stirbt der nicht? Alter, wirklich? Oh mein Gott Und dann habe ich die Schafe nicht kapiert Machen die kein Damage? Doch, 40 Also das ist jetzt kein One-Hit Ja, dieses Superschaf Das macht viel Schaden Aber diese Blauen Die machen nur 40 Pro Schaf Endlich wieder Traitor Ja, Detektiv Man kann ja die Türen aufmachen Bei mir steht Noch Traitor Freund Steht bei mir Foki Halt den Maul Geil Oh, hier ist Dunk Mal die Tür aufmachen Ich habe gerade noch einen Taster Die geht nicht auf Was ist das? Nur damit du ihr Bescheid weißt Ich habe nur getrunken Hey, du hast doch schon eine dabei Ja, ja, ich habe eine Ey, Leute, ich bin mit Taster und Taster Wenn ich tot bin, ist ja das Ich habe auch gar keine Waffe Alles Was soll das, Gauk? Wollen wir hier eine Grafikkarte looten? Was hast du in der Hand, Jen? Ja, lass mal einen mitnehmen Bau mal aus hier Wo sind die? Da waren schon Leute bohren Ich bin am Schmatzen da Geil Also, wenn ich tot bin Hat Panikfeil mich in der Toilette erschossen Ja, GG Und wenn ich tot bin Hat Kalle mich in der Toilette erschossen Ja, GG Marcel, warum läufst du mit dir? Ey! Ich kann nicht was Waffe finden Die ganze Zeit Da, hier, komm her, komm her Da liegt ein M4 Wo? Hier hinter dir, du Vollidio Komm Also, das muss man jetzt nicht so beleidigen Ey, wo denn? Komm doch hier lang Sag mal Ich geh da nicht irgendwo hin Wo Ding ist Hier Ja, deswegen Da drin liegt ein M4 Geh rein Hartmut Geh rein Hallo Mach ich Willst du schon wieder einen Unschuldigen erschießen? Wieso? Du warst doch nicht im Traitor Nein Geh doch, Junge Das war nicht Hast du jetzt hol dir deine Waffe? Oh mein Gott Wer war das? Das ist Kalle Ja, ich werde bestoffen von Äh Das ist Asta Und wer auch immer noch auf mich schießt Ne, ich war das nicht Das ist das Schlo Vertraut keinem, der sein Videobild nicht erkennt Oh mein Gott Schlo war es ja wirklich nicht Oh mein Gott Fühl ich mich schlecht, Junge Marcel Okay, Marcel Dann wirst du es Ich bin Detektiv, du voll Alter Ich bin Detektiv Dann muss es ein Server-Bug sein Dann ist es ein Server-Bug Jaja, du hast noch 40 Sekunden, ne? Ne Doch Es gibt noch Overtime Panikfehler war der andere Traitor Ja Weißt du, was ich außerdem gemacht habe? Mhm Ich habe sie mitgekillt Mhm Bist du ja richtig skrupellos, Junge Manchmal sind Opfer notwendig Skrupellos bist du, ne? Warum kann ich das Item nicht wegwerfen? Ich bin zu dumm Also es war nicht meine Absicht Was ist denn Wo bist du? Dann zeig ich dir, wie es geht Zeig dir auch, wie es geht Wo bist du denn? Ich bin verdammt Also ist es W 14-A実 wird Ich bin mir Ja Wie ist es meistens Ein Ich bin Herrn Jetter Ich bin Ich bin Okay Ich bin nutzen Ich bin Entstehender Ich bin Ja Car Não Ich bin 적이 Ich bin filtering Es tut mir leid, Panik, Fiesa, keine Absicht. Ich hab erst zu spät gesehen, dass du auch in der Dingens drin bist. Ja, du, kein Problem, weißt du, ich bin nicht so nachtragend. Wer hat mich erschossen? Ich. Weil du so sass warst, du warst so super sass, Alter. Du hast jeden angezielt und bist hinterher. Ja, aber sag ich mal, Astag. Ja, bist du wieder dein Cheeseburger, Junge, dass ich wieder nachts um einen Uhr zu McDonalds fahren kann, wenn ich Hunger kriege? Oh, nee, ich geh heute auch zu McDonalds wieder. Danke, ey, Slowbox. Das ist Lachs mit Gemüse. Ja, beim letzten Mal musste man zu McDonalds gehen, deswegen. Warst du grad zwei Big Macs? Ey, jetzt muss ich wie jetzt zu McDonalds, ne? Ja, ich wollte auch an dem Tag, aber ich hab am nächsten Tag über... Geweiht? ... mit Double Cheese gekönnt. Ach so. Und ich hab mit Double Cheese gekönnt, weil ich das in seinem Biotik gesehen hab, das sah so lecker aus. Ich wüsste ja, ich hab wegen 20 Euro bei McDonalds also nie so schlimmen Bauchschmerzen gehabt, weil ich das so schnell in mich reingestopfen habe. Ne, ihr könntest lang essen, so ruhig essen, wir wollen natürlich, ne? Nein. Das ist doch, erlaub ich, ich hab jetzt auch wieder Hunger, ne? Ich hab Käsespätzle. Besser als Carbonara, ne? Ich hab gar nicht, ich brauch auch was. Ja. Nö. Aber gut. Ich hab heute die gute Carbonara gemacht. Alter. Ich bin nicht im Kaufen, ich bin am Essen. Alter. Wieso? Ich bin auch am Essen, mein Freund. Ich hab noch nicht mal ne Waffe. Ich bin hinter jemandem, wer ist da vor mir? Jemand hat mich mit einer Brandbombe eingesperrt. Macht ihr hier? Okay, okay. Was macht ihr hier schon wieder? Ja. Okay. Äh, Afta und Kel hängen zusammen ab hier zu zweit. Hä? Das ist ein Boki. Ich bin gar nicht da. Alter, war das wie so verplant, Junge? Hey! Was macht ihr? Flo hat geschossen. Ah ne, das stimmt doch nicht. Ja, Flo hat geschossen. Ja, Flo hat geschossen. Wer ist, wer ist? Ich hab auch Schlo geschossen. Kerion hat Schlo erschossen. Kalle. Kalle, genau. Okay, okay. Foki ist detektiv? Ja, ich wurde eingesperrt, hab ich eben gesagt. Ja. Dann kann es nur Kalle sein, dann kann es Panikvieh oder Jen sein. Jen? Also für mich sind es alle nur nicht Kerion. Das ist klar. Ja, aber Foki ist detektiv, ne? Ja. Ja, dann Foki auch nicht. Also ich war die ganze Zeit eingesperrt in ein... Ein Badezimmer. Foki ist tot, by the way. Ja, ja, aber er ist detektiv gewesen. Wer war das? Oh, ein Schlo war Traitor. Ich bin... Ja. Fünfmal gesagt jetzt. Achso. Jenny, du bist ein bisschen sass nach der Aussage, oder? Ja, ich bin immer sass. Okay. Jetzt hab ich euch endlich gefunden. Gorg und Kerion. Der liegt da. Ich bin in irgendwas gefangen. In ganz viel Lila. Pink. Also hier hinten drin ist Asta. Da ist Asta? Ja, da ist einer auf der anderen Seite. Ja? Ja, ich bin hier drin gefangen. Rausgehen. Hä, wieso kann man hier rein und rausgehen? Kann man hier rein? Nee. Alter! Ich hab den Schuss abgegeben. Na, was macht ihr jetzt? Hey! Hab zurückgeschossen. Halt auf, warum? Hm. Okay, gut. Alles gut. Es ist niemand verletzt worden. Okay. Glaub ich. Okay. Also ich bin die ganze Zeit bei Asta und Jenny. Hier ist Gorg. Alter, ich check's überhaupt nicht. Wo sind die denn jetzt? Äh, wer auch immer Traitor ist, noch 17 Sekunden. Ja, hinter dir. Nein, dann ist noch Overtime. Gibt's da eigentlich dann so einen Timer? Da gibt ja gar keinen Sinn. Hä, warum callst du das überhaupt, Jenny? Weil das unten steht? Ja, aber ist doch irgendwie voll nicht so schlau. Doch, weil da muss ja rauskommen. Ich glaub, Jen ist es nicht. Ja, ich glaub, Jen ist es nicht. Ich glaub, Jen ist es nicht. Jen ist es für mich auch nicht. Ich glaub, Jen ist es, weil sie so auf Wannabe, wer auch immer Traitor ist, macht. Es sind Carrier, es sind... Nee, nee. Warte mal, ich hab ja eben Schuh gekriegt, ja. Carrier ist es definitiv nicht. Ja, ja, dann Panik4 oder Kalle. Ich glaub, es ist aber Kalle. Ich glaub, es ist aber Kalle. Weil er Jen die Dingens in die Dingens schieben will. Hä? Ja, ja, doch, doch. Ich will bei Jen gar nichts reinschieben. Doch. Und zweitens war ich das ganze Early Game in einem Klo eingesperrt, weil jemand eine Brandbombe davor geschmissen hat. Ja, das war ich. So, also, was willst du jetzt von mir? Aber ich hab mir einen Joke erlaubt, ne? Ja, ich kam da eine Minute nicht raus. Ja, das ist doch witzig. Ja. Aber da kann ich doch nicht Leute erschießen. Hm. Und ich hätte dann ja übelst einkaufen können, Laserbeam, was auch immer. Ja, aber hast du ja was? Aber vielleicht warst du zu stressig mit, ähm, ähm, mit dem Problem da, was du da hattest. Und deswegen hast du... Ist das jemand gestorben? Ne, glaub. Oh, war nicht schießt auf mich, war nicht schießt auf mich. Was ist denn so? Hä? Wie war das denn jetzt? Äh, war das jetzt, V? Ach du, die Zeit war zu Ende, oder was? Nein, V lebt doch noch. Ja, aber die Zeit zu Ende war. Ich hab mich so angeguckt eben, ich dachte ich krieg nur ein Safe-Call, beider... Ich dachte, sie hieß einfach so mega random auf mich. Ich hab nur... Ihr wart die ganze Zeit zusammen, man. Ihr seid ja nicht mehr auseinandergegangen. Ich konnte überhaupt nichts machen. Aber kaufst du ein V? Mit C? Hm, nee. Was? Na ich hab mir Geld einkaufen. Wie, nee. Ja, hab mir noch nie ein Geld einkaufen. Habe noch nie als Geld einkaufen. Oh mein Gott, das macht am meisten Spaß. Ja. Du bist auch in einer anderen Dimension Was haben wir da eingekauft Was sieht man Ich war eben gerade Und ich habe vergessen eins zu kaufen Hätte man denn gesehen, wenn ich so einen Zug In der Hand gehabt hätte Es ist eine Knarre auf jeden Fall Ich glaube man muss das schon ein gutes Auge Ein gutes Auge für haben Ich weiß es nicht Ich glaube das ist eine Diegel bei dem Zug Dann kann man halt sagen Ja schieß doch einmal mit deiner Diegel Es gibt halt keine Diegel zu finden Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen Ja Ich habe eine Ja Okay Ich spiele jede Runde Macht gar keinen Schaden Vielleicht triffst du ja auch nicht Die bitte Sag mal deine Waffe die du gerade hattest Die Was machen Du hast die Mark Cool Ich weiß nicht von deiner Seite Okay Du hast ja eine Jacke an Die ich trusten kann Ich glaube Furky Das ist ein Ding Das macht Kel immer Um zu gucken Also um so zu beweisen Dass er jemanden Zass findet Obwohl er selber Verdächtig ist Hallo Jennifer Warum sollte ich dir jetzt verdächtig sein Ach Furky hört eh schon wieder nichts zu Komm scheiß drauf Ganz im Ernst Was gebe ich mir überhaupt noch Mühe Mit irgendjemandem zu reden Furky wieder Ja ja laber mich nicht an Warum Ich glaube Panikfäh ist das Warum Ist komisch Ist da oben Sowieso Was macht das Ich hätte die ganze Zeit eure Rübe Ich hätte die Rübe von Schlorox richtig wegfetzen können Weil immer da steht einer auf dem Dach Ich hätte dich auch zehnmal erschießen können Okay Hast du mich beobachtet Hast du eine Uhr Was machst du da Ich muss mich mal töten Warum Ähm Komm ne doch nicht Ey der Bobo hat uns so richtig zackst Ich töte den jetzt Wo ist der Was wen Der Astor glaube ich Komm mach was Du bist immer nur auf Krawall Du willst immer nur ärger Das ist so krass Er tut doch so richtig Ist das explodiert Hier vorne war das Hier irgendwo im Haus Doch hätte mich gekillt Ah ich werde unsichtbar Wenn ich fahren möchte Ah ok Auf dem Dach Das bin ich Geh aufs Dach Ist alles voll mit Errors Ja man Ich bin hier bei euch Aber ich bin mit Gork unterwegs Er habe mich gekillt glaube ich Ähm Ich glaube Gork ist das nicht Schlor ist ein halb Ja genau könnte sein Aber ist das nicht halt der Fall Und Schlor ist so ein halbhalb Ding noch Was bin ich ein halb Du bist ein halbhalb Ding Du bist ein halbhalb Ding Schlor Hä Was Schieß Schlor schieß doch Ich wusste es Er ist ganz Ne warte mal ganz kurz Er ist tot Ich sehe das gerade Kann ich mal jemand Gedingenzen Wenn nicht Dann ist es slow Mit E Einfach Und dann steht Ja ja da Okay dann ist es slow Er ist ein ganzer Er ist ein ganzer Okay Und der nächste Bist du komm her du Ja aber jetzt Wirst du wieder auf mich schießen Und nicht auf Panik Abbruch Was macht ihr denn Das war keine Wir haben keine Zeit mehr Deswegen habe ich auch geschossen Ich habe versucht euch in so M4 In so Claymos reinzubeten Das war eine Explosion Aber das hat nicht zu sehen Hey das kann man Zeit abfinden Ne aber das ist gut finde ich Da muss man halt ein bisschen Ja da muss man ein bisschen Gas geben Es ist jetzt aber auch nicht Äh wenig Zeit Also wenn man zum Beispiel Kills macht Dann kommt ja eine Overtime Und so Deswegen ist das alles legit Finde ich Ich bring mal den Teller weg Ja ich komm sofort wieder Aber wie wenig Damage Mach die Schrotflinte Ja Das geht eigentlich oder Wenn du nah dran bist Ja dann bin ich zu dumm zum Treffen Ja du musst super close sein Ja aber wirklich Oh das ist die absolute Classic Map Ja Die hier? Ja Genau diese Pool Oh nein hier ist auch alles voll mit Errors Auch CSS Oh nein Oh shit Oh mein Gott Ey warum sind denn alle voller Alter Ich hab das alles Alles Counter-Strike-Texturen Ach das sind Counter-Strike-Texturen Mich ja dann Ja ich immer Kann man das Text auch Damit runterladen Ist ja for free Was hier was machen wir? Ja das machen wir? Ja das machen wir Allgemein Überhaupt noch Äh weiß ich nicht wie ihr möchtet Ja so mir egal Kribbelt im Bauch Ja wenn euch das zu scheiße ist Dann können wir auch einfach äh Switchen Mir ist es eh egal Also ich hab kein Problem Weil ich hab alles installiert Aber das müsst ihr erst entscheiden Ja Ja Also gerade die Baustelle dort hinten ist Also ich Wie willst Eigentlich nichts Das Ding ist auch Die sind nicht so klein Diese Errorzeichen Das sind immer so riesige Blöcke Die sind riesig Ja dann lass uns mal schnell machen Einfach Okay einfach runterspringen Ich glaub dir Ja er springt runter Hunger Was war jetzt der Call Wie lange waren wir noch? Eine Map noch oder so? Ja dann lass uns mal bitte ganz kurz Das ist ja jetzt ein bisschen dumm Aber lass uns mal um Schnell killen alle Weil Ja alle runterspringen Die ist leider Error verseucht Leider Gottes Weil wir keinen Source runtergeladen haben Vergessen Mann, Mann, Mann Stand auch nicht in der Anleitung Ja Mein Fehler Nächstes Mal Ich hoffe Dass ich trotzdem Als Gary's Mod Server Betreiber Noch bei euch Irgendwo Ja das hast du super gemacht Vielen Dank Ihr habt mich auch gut Ja abgeholt Ja das hast du Auf ne Art Freigesprochen Ohne Bilder Ja Ohne Bilder Also einen Minuspunkt Hab ich mir nur notiert Aber ansonsten Alles positiv Ja Feiert das Wir können natürlich auch kurz Einfach Source ziehen im Hintergrund Und dann Dankeschön Und danke für auf Stufe 2 Egal Komm einfach Wobei die Klassiker hat immer Wobei die Klassiker tatsächlich immer Glaube ich Source haben Ja Kann man sich fürs nächste Mal merken Wenn man nochmal Bock hat Ja Also ich muss sagen Auf euch Mit euch will ich das nicht mehr spielen Aber wenn ich andere coole Leute finde Verstehe ich aber Könnte man das halt Ähm Ja runterspringen Ja spring einfach runter Ist ein bisschen blöd jetzt Aber egal Das ist schon zu Ende Ah ok Ja das mal Ihr könnt eigentlich Bei Preparing So über 3 Sekunden Einfach runterspringen Dann seid ihr genau Wenn die Runde startet Tot Geht halt alles Ein bisschen schneller Oh nein Zu früh Irgendwas neben mir runtergefallen Man hat gerade richtig heftig geschrien Das ist gerade hier rüberspringen Ey Mausi Hey Mausi Na Guck mal Also diese Zwischenruhenzeit Ist auch mal so lang Ey Mausi Das würde ich dann nochmal als Feedback An den Admin Was denn nochmal Es geht ab Zwischen den Runden dauert es immer sehr lange Ja Frauchen machen doch eine Runde Ja Dann können wir Das ist einfach nur mal Kritik Und ich finde Du könntest das einfach annehmen Aber erst mal spiel ich noch eine Runde Ich komme hier so nicht raus Schlag ein Schlag ein Schlag ein Aber wie bist du reingekommen Bist du gespawnt Ja Ja Dann lasst uns alle kehren Und dann überlebt der Schlo Und dann ist die vorbei Die Runde Ja Dann müssen wir aber alle Also ich mache die ganze Zeit Nichts anderes Außer von den Dächern zu springen Ja einer auch Ja Kera ist aber ziemlich spät gewesen Mein Schatz Zerpfehlere Dankeschön Wenn die gibt's Zerpfe Ich springe hier Enoch gerade runter Jetzt bin ich ja immer noch Aber ich spawne neu gleich Oder Ja 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 also die Minecraft Maps Haben anscheinend Das komplette Textur Ding Boah hier ist ein Bombe Der Gattin Ey Ich springe zu früh Die ist eigentlich ziemlich geil Die Map Für gewöhnlich Schieß mal drauf Passiert nicht Die Flamante Die Runde muss anfangen Glaube ich Ne ne die kann nicht Doch Mein Gott Wie viele Runden denn noch Eine Hat schon noch nie so oft gestorben Wie gerade Hast du immer überlebt ne Ja Weil ich Profi bin in dem Spiel Kann der Server Host Ein Map Vote starten Jederzeit im F1 Menü Ja Ich weiß nicht Ob ich mich als Server Eingetragen hab Weil Keine Ahnung Ist auch egal Scheiß drauf Ganz ehrlich Digga Ganz ehrlich Das ist nicht Grove Street Halter Resident Evil 2 Der Grove Street Brennt aber irgendwie Ich hab ihr das angeguckt Das ist so ne Brennende Map Wo Helikopter und so sind Aber es ist trotzdem ganz Witzig wahrscheinlich Aber mein Helikopter Helikopter Okay Jetzt waren wir ernst Jetzt ja Richtig Reinschwitzen jetzt Du hast den Balkon schon aufgebaut Mein Freund Brötchen Dankeschön für 39 Monate Auf Stupe Zwei Dankeschön Aber die Map ist gut Boah geil Was ist das denn Die Map ist wirklich gut Das sieht doch normal aus Was ist das neu Follow me Der Minecraft ist genau hell hässlich Du bist hässlich Geht nochmal los Soll das doch Hallo Warum sagst du das zu Minecraft Was sind hier Preparant Null 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 Was soll die Scheiße Also ich glaube ich habe hier so ein Anti Traitor Fluch Ey Was war das Oh da geht es jetzt los Jemand hat mich weggedienst Ja aber jemand hat schon vorher geworfen Das war noch bevor die Dingens ausgerüstet wurde Wo komme ich hier hoch Ich hasse dieses Springen Das ist mein Turm Wer jetzt hier in den Turm kommt Der stirbt Ja Warum ist es dein Turm Ich bin auch hoch Ja du darfst Wo warst du gerade Okay Aus ist zu aber sonst Ja ich glaube schon Kann ich gleich leben Okay hallo Bist du jetzt ein Einfach oder was Okay du musst das mit deinem Leben verteidigen Ja Okay Ich bin am Arsch der Welt Ich sehe nichts von der Map Ich bin unterirdisch Siehst du die alle Siehst du die da hinten Das ist ein Präter Nein Jeder kann nicht Jeder kann nicht Jeder hat halt in den Rücken fallen Verstehst du Was bist du gegangen Ja Mal weg Mann Ich krieg meine Waffe nicht Okay jetzt streng dich mal an Du musst dir ein bisschen Mühe geben hier Achtung Was war das Da bist du doch Ich habe eine Disco-Granade geworfen eben Kannst du mir was sagen Was für deine Hand hast Schloh Weiß ich nicht Der hat ein Schlechtergerät in der Hand Ich sag doch das sind alles Feinde Ach nee Ach nee Ach mal fisch dich Asta Alter willst du mich du dreistest Stück Wo ist er Ich kenne das sieht anders aus Und ich weiß nicht wie man es benutzt Der ist da wo reingegangen Mann Ich kenne das doch nicht Ey Alter Wo ist der denn Ah Hilfe Warum Wer war das Oh Gott was ist das Explodiert überall was Er hat doch nicht geschossen Er snapped da Jungen Der Gold hat geschossen Er snapped da Warte mal Nein Auf mich wurde geschossen Du hast eben geschossen Ich bin wounded Guck mich an Du hast trotzdem eben geschossen Ich habe noch nicht geschossen Meine Waffe ist voll Hier wird so die Waffe haben Ich bin in meiner eigenen Fall Ich bin in meiner eigenen Fall Warte mal Deine eigene Falle Ja okay Warte Er hat gesagt meine eigene Falle War der Dings Ja ja Weiter Okay Ich kann den nicht identifizieren Ne Asta Also Asta ist tot Okay Ja Schloh War es ja offensichtlich Ja Er hat eigentlich eine Falle Dann Warte mal ganz kurz Gork was passiert Du snipst die ganze Zeit schon wieder Ich habe noch keinen einzigen Schuss abgegeben Zum 10. Mal Ja vielleicht wartest du hier Gork wieso schießt du eigentlich die ganze Zeit Alter ich erschieße euch gleich wirklich Nein nein Ja Ich habe Schiss Ja 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 Du hast eben geschossen mit der Autosniper Nein ich habe nicht geschossen Doch 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 Nein nein jetzt brauchst du nicht raussehen Weil du hast einen Autosniper in der Hand Und Ich war hier unten im Keller Wir sind Kollegen jetzt Wir drei Thomas Oh Fuki ist es Fuki ist es Ja und er hat sich selber eingeschwert Er kommt da nicht mehr raus Er hat sich selber eingeschwert Ey sorry Fuki Ich war der düngste Traitor-Mate Den es je gab Ich hatte die ganze Zeit so ein Ding Und ich wusste nicht wie man es platziert Dann hat es mich selber gekillt Alles gut mal wollen Und ich dachte auch Dass es für andere aussieht Als hätte ich eine Knarre hin Da Ey Jan Wieso bist du nicht gestorben Ey Erste Story Ich habe dich Naja Weil er den für mich gestorben hat Den Traitor-Mate Ja aber man kann da zwei Leute holen Der Diktiv kann anscheinend Getschel gestorben Wenn die auf dem Haufen stehen Weiß nochmal Der Diktiv kann nicht sterben Der kann das Der kann das anhalten glaube ich Oder so Der kann er nicht durch Ja was ist das Superman oder was Ja Hancock geworden alter Ja Okay Ey ich bin innocent Ja ich wollte das nicht mehr sagen Ich bin halt jeder Jetzt wirst du wussten Ey Ich schloss dich doch Nein hab ich nicht gemacht Hast du Schaden bekommen Ja hab ich Aber hast du Schaden bekommen Nein Warum schießt du Ich wollte gucken wie ihr reagiert Und wer Denkt er Dass er nichts zu befürchten hat Und wer zuckt Ist das Ja ich so Er schluckt sich ja eh selbst Wenn er denkt Es ist alles gut Vermache du Wenn du Wenn du es willst Wenn du es willst Ich habe nicht viel Was willst du von mir Ich Ich schloss es nicht Ey was willst du Lass mich durch Ich habe Vertrauen Ich habe Vertrauen Nicht Vertrauen Seinen Jungs auch getommen Bing bling wing Wir kommen hier Ja Jen zieht so und ist so still Ne Ja Ja ich beobachte was ihr macht Ja ja Äh Ich bin auch Ich habe die Traitor-Check-Maschine gefunden Die ist im Untergrund Mhm Die ist den Zugang Den habt ihr hier ähm Kommen wir her, Jack. Hier liegt ein Toter, Toter. In dem Untergrund, in diesem Haus. Wer war da grad jemand? Ich war doch nicht da. Derjenige ist ein Detective. Aua! Wer ist hier drin? Fee. Okay, dann stürmen, stürmen. Sie verteidigt sich nicht mal. Da, ich sehe die Leiche. Sie ist irgendwo. Untergrund. Sie verteidigt sich nicht mal, das ist 100% Fee. Wo? Die hier unten! Die wirkliche scheiß Granate! Ich bleibe hier! Warum erinnerst du mir die ganze DDR? Weil ich dann... Ja? Okay. Ja, das haben wir eben schon... Ja, sie war's. Thomas hat sogar die Lokomotive gemacht. Oh, alter Furky. Weiß ich grad gar nicht. Entschuldigung, ich hab reingeschossen. Warum guckst du mich immer... Du bist so Sass. Du bist so Sass, Alter. Junge, ich lauf hier einfach nur lang. Ich guck dich dich mal an und du aimst die ganze Zeit auf meinen Kopf. Ey, außerdem kann ich dir das zweimal hintereinander, allerdings bin Traitor. Na klar, Alter, du bist es! Ich schwöre! Ich schwöre! Ey, jetzt hat es alle! Nein! Nicht auf einen Aufen! Okay, gut, dann machen wir halt Elefantenlücken, ihr Opfer! Elefantenlücken? Ja, ich möchte jetzt, dass wir in die Traitor-Maschine gehen. Dann können wir ja gucken, wer es ist, ne? Nein, der macht Thomas, der macht Thomas! Aha, du willst nicht, ja? Ich schwöre es euch! Das ist das erste 100%. Nein, okay, Kalle, Vorki... Oh mein Gott! Das war ich nicht! Kalle? Nein, nein! Es war Gork! Es war Gork! Es war Gork! Wie er runtergejumpt ist mit dem Spiel. Und Vorki schießt ihr den Rücken, der Wichser? Hab ich gar nicht! Okay, dann Nevermind, alles gut, mein Bestes! Das war Jen, die geschossen hat! Alles gut, mein Bestes! Gab es nicht auch einen Trailer zu, um sich andere Spieler zu verwandeln? Gab es sowas, weiß ich noch nicht! Ja, man kann auch irgendwie Fake-Leichnungen so machen! Ja, genau, das wollte ich vorhin auch machen! Habe ich das drin, ne? Ich wäre so ein Gamer-Traitor, ey! Okay! Das war voll unglaubwürdig, du wusstest diesmal! Achso, wir sind gar nicht so weit! Dreckig, ich bin schon von mir erschossen! Okay, Alter! Das ist einfach pauschal, ne? Das ist richtig dreckig! Das war voll unglaubwürdig! Ja, geil! Oh, da wird direkt geballert! Wo? Ey! Ich hab Schiss! Wer war das? Er ist nach oben! Ah, Vorki, 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 Vorki! Hast du Vieh erschossen? Nein! Ehrlich nicht! Natürlich! Ich war's nicht! Was? 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 Alter, Vorki, Vorki! Alter, Vorki, Vorki, Vorki! Ja, 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 ja! Ich war's nicht! Töt ihn, bitte! Ich war's nicht! Ich war's nicht! Du, was ist! Er war Traitor, ja! Alter, okay! Jen hat Ja gesagt! Kalle hat Ja gesagt! Du hast das gemacht! Kairion ist der Nächste! Oder Panikfee! Eins von beidem! Die Panik ist tot! Ja, das ist Kairion! Es ist Kairion! Es ist wirklich Kairion! Hä? Hä? Was ist das für eine logische Reihenfolge? Warum sollte ich... Ja, das ist ja... Weil wir alle den beigepflichtet haben! Wir alle! Wir haben gesagt, Kairion wie Vorki! Das soll doch kein Traitor-Koliker machen! Warum ist hier eine Leiche, die noch nicht in der... Ja, warum wohl? Ja, warum ist hier... Ja, warum? Du warst das des Schweines! Ey, ich schwöre euch, das ist er! Alter, das war ich nicht! Der labert! Ey, ihr werdet's alle sehen, ne? Ihr werdet's alle sehen! Ihr werdet's alle sehen! Ihr werdet's so sehen, wie recht ich habe! Aber gut! Macht euren Scheiß! Ich weiß, ob das Gork und ich hier so einen Laserbeam abkriegen eigentlich, würde ich sagen! Ja, den würde ich euch ja gerne geben, wenn ich Traitor wäre! Ich hätte euch alle weggehauen da auf dem Turm! Jetzt zack! Friendshipbeam! Da! Lass es auf mich! Nee, kann ich ja nicht! Nee, kann ich ja nicht! Jan ist das auch nicht! Es ist Carrion! Jetzt haut der ab! Geht in seinen Scheiß Traitor Raum! Und spielt sehr großartige Pläne! Ey, 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 ey! Hinter dem Haus am See! Hinter dem Haus am See! Unten am Wasser! Unten am Wasser! Hat jetzt gerade Gork erschossen! 100%! Unten am Wasser! Ist im Wasser! Ist weggeschwommen! Weggeschwommen! Ist jetzt hinten hochgehüpft! Es ist Carrion! Es ist Carrion! Ich hab's doch so gesagt! So easy war das! Ja, Junge, der Junge ist so schlecht, ey! Die beiden Noobs! Ja, du! Einfach B! Komplett random weggeschossen! Ja, wenn ich vielsehe, dann muss ich halt drücken, Digga! Das war so easy gerade! Carrion, du hättest doch einfach wirklich jetzt den Laserbeam machen können! Das hat keiner gecheckt! Ja! Die Stadt hat auch allein, Digga! Das war so perfekt! Ach, Mann ey! Schade! Ach, Mann! Okay, ich bin's nicht! Ich auch nicht! Das ist bisschen unglaubwürdig! Was ist denn mit dieser M4 los? Da kann ich mal übelts in das Gehirn zoomen! Ist das für Musik? Ja, die Musikbox hier! Okay, ich bin in den North-Centrum! Ich hab' gar keinen Bock mehr hier, ey! Ja, ich bin mich auch schon angewöhnt irgendwie! Ich hab' genauso viel Glück wie Kalle! Ähm, dürfte ich fragen, warum sie hier rumstehen und einkaufen oder was? Ich hab' auf Toilette! OZP? Okay! Alter, hast du gerade auf das Ding geschossen? Ja, ich wollte auch! Äh, ich glaub' nicht! Sagst du nicht normalerweise, wenn du's krumm? Alter! Ich bin da halt voll nah dran! Ich konnte eben nicht rennen, ich war tot! Oh! Was passiert hier? Hä? Fee hat ihn gesappt! Wer ist was? Aber die ist Detective! Was ist da? Ja, was? Ey, warum hast du ihn einfach getötet? Er hat wen getötet? Was ist jetzt? Ist er jetzt... Hallo? Wer ist denn tot? Hm? Ich weiß es nicht! Ich glaub' Kalleon! Warum von... Äh, wer hat geschossen? Ich hab' geschossen! Wollte gucken, wie er reagiert! Äh! Äh! Fee, bist du auf K? Da ist doch wer tot! Ja, Fee hat ihn gesetzt! Ich glaub' ich wollt' ihn ta- Au! Da ist ein Ding! Ich hatte'n Taser! Ach, ich... Ist Fee? Fee ist es, lol! Na gut! Nein, ist die Tatum! Ach so! Oh, okay! Sorry! Warte, Asta, wo bist du? Hier ist gerade... Asta, wo bist du? Eine unsichtbar geworden! Und? Asta, dann Asta 100%! Ich bin die ganze Zeit unten! Wirklich? Ey, hier ist grad so ein Ding... Hier ist was richtig komisches passiert! Hier ist das explodiert hier oben! Ja, warst du das denn? Nein! Warte mal! Ich bin die ganze Zeit! Ich bin die ganze Zeit hier oben! Ja, und du hast uns auf'n Haufen... Ganz ehrlich, Digga, ich bin die ganze Zeit hier oben neben Panikvieh! Aber Fee ist doch ein Detektiv! Ja, ich hab' das aus Versehen gemacht! Ich wollt' ihn nur tasern! Ich hab' mich gefreut, dass ich ihn Taser kaufen kann! Hab' gedacht, ich kann ihn ein bisschen tasern! Und dann ist er gestorben! Wartet mal! Wartet mal! Wo ist Gork? Was für ein Gork? Ich war die ganze Zeit genau da! Haben wir vielleicht noch einen Detektiv vor der Butspuren hingehen? Nein, ich glaub' nicht! Ja, aber guckt euch mal den Detektiv genau an! Geht mal ran! Und dann guckt mal auf die Mütze! Guckt auf die Mütze! Ich weiß, was der vor hat! Ich weiß, was der vor hat! Der will Thomas auf'n Ballern! Nein! Ich geh' weg! Nein! Geht doch einzeln hin! Guckt mal auf die Mütze! Das ist doch ein Fake-Detektiv! Was? Geht das? Warum hast du zwei Mützen? Oh mein Gott! Und jetzt bin der Knarre in der Hand! Das sind sie! So, und jetzt guck nach! Na, den ersten... Das war sie nicht! Das war ein richtiger... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Slow! Geht's auf ihn! Geht's auf ihn! Geht's auf ihn! Geht's auf ihn! Warte, war nicht diese Schiene! Aber das war doch Safe-Call! Sag das... Guck mal, jetzt sieht's wieder anders aus! Also, ich weiß nicht! Keine Ahnung! Fee hat jemanden gekillt, ja? Und hatte dann zwei Mützen auf! Ja, Digga, was soll ich denken? Aber... Ich glaube... Ich hab das... Wenn wir jetzt schlokehen und er ist es nicht, dann glaube ich, dass es Foki ist, weil er die ganze Zeit Gläuter knallen will! Ich schwöre, Digga! Nein, warte! Es ist Jen! Also, es ist... Hä? Also, ich glaube... Wo ist Gork? Immer noch oben drauf! Ich glaube, es sind Schlo oder Foki, macht euch weg! Guck mal, ganz kurz! Ich warte ganz kurz! Das könnt ihr bestätigen, bevor ihr mich jetzt abknallt! Als jemand diese Meteor auf uns gemacht hat, ich war auch da! Ich kann es nicht gewesen sein, ich töte mich doch nicht selbst! Irgendeiner, der nicht da war, hat Meteor auf uns gemacht! Entweder Gork, Jen oder Asta! Ja, oder Kalle hat sich selber getötet mit dem Ding! Warum sollte er das? Na, er ist Traitor! Er liegt da vorne tot! Wo? Na, im Eingang, da wo der Laser hingeht! Ist der Safecall Traitor? Wo ist der jetzt schon wieder Jen? Ja! Ich war doch eben gerade hier! Im Eingang von diesem Haus liegt Kalle und der ist Traitor! Und da ist Blut! Wer ist das? Ich bin's! Stimmt, der ist wirklich Traitor! Ja, sehe ich doch! Okay, also... Gork ist da oben die ganze Zeit, ja? Ich glaube, Gork ist da oben! Wer war das? Äh, Asta ist es! Lol! Asta hat geschossen, ne? Hier kann man nur so'n Wichser sein! Ist er tot? Als ob er Gork über den Haufen schießt! Warte mal, warum? Gork? Gork? Alter! Warte, warte! Asta? Alle tot! Jen, du bist es! Nein, nein, nein! Stopp! Halt's Maul! Es ist Marcel! Marcel wird es gewesen sein! Gork hat doch gerade gesagt! Hörst du? Oh nein! Asta ist jetzt! Und auf einmal sagen beide nichts mehr! Asta? Wo bist du mein Freund? Asta! 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 Ja du hast geschossen. Nein, wo hab ich dich geschossen? Bist du dumm? Dann klärt das unter euch, dann klärt das unter euch. Alter, nein. Jetzt scann mal DNA-Test sofort. Hier gibt es auch einen Traitor-Tester. Dann lasst uns doch alle zum Traitor-Tester gehen, Leute. Wie wär's denn? Ja, damit du Thomas mal wohnst. Ja, dann kommt doch mal mit. Nee, ohne Scheiß, nö, trau ich nicht. Ah, okay. Okay. Ey, trau dir mal. Warte mal. Ich, ich opfere mich. Dann kommt nur Jen mit und wenn ich nichts mehr sage, dann bin ich ja tot. Ich komm extra mit. War das nicht irgendwo? Wir müssen hier reingehen. Die Leiter runter. Ich komm auch mit, das ist 100% weniger. Leiter runter. Wo denn? Komm rein, hier. Warte, warte. Ja, hier ist gut Panik-Fee. Ja, ich leite die doch dahin mit meinem Körper. Warte, 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 warte. Was? Wo lang jetzt? Da runter, da. Runter ins Loch rein. Ja, aber ich geh nicht zuerst, ganz ehrlich. Welches Loch denn? Ganz ehrlich, ich geh aber nicht zuerst. Das ist slow. Es ist slow. Es ist slow. Es ist slow. Aber die zweite ist Jen. Nein. Doch. Alter. Dann lass uns das doch bitte mal machen jetzt. Ja, Jen, geh jetzt runter da sofort. Jen, komm jetzt runter. Wir vertrauen nicht. Wo bist du? Ja, ich bin unten. Wo? Ja, ich bin runter gegangen. Ich warte, wo muss ich lang? Über das Haus oder über die Stelle? Über das Haus, wo ihr gezeigt habt. Hä? Da haben wir doch gar nicht gezeigt. Oh, ey, wie kann ich runter gehen? Ey, wo ist die denn der ganze... Hä? Ey, kommt jemand hin. Passt auf, dass ihr die nicht anfasst. Ja, ich bin da lang. Was wollt ihr denn von mir? Wo seid ihr denn? Alter. Hier ist das Ding kaputt gegangen. Äh, also die Brücke ist weg, abgerissen worden. Und hier ist eigentlich der Traitor-Tester. Guck mal. Igor, du kannst... Ey, weißt du was? Wir können... Du kannst mich checken, wenn du willst. Ey, ich will auch zum Traitor-Tester. Wollt ihr mich verarschen? Ihr Traitor-Terrorist... Hä? Ey, ist das unten oder was? Ach, man muss drei nehmen dafür. Okay, ja, dann hab ich keine Ahnung. Ja, ich bin da. Ne, man braucht drei Leute. Ja, dann Pech. Ganz ehrlich. Warte, warte, warte. Wo seid ihr denn? Du bist gar nicht da. Wir sind da. Was lauerst du? Wir sind doch da die ganze Zeit. Was? Alter, das ist doch dieser Scheißweg nach unten. Nein, wir machen jetzt Jen weg. Es reicht mir. Alter, Jen, Digga. Es ist Jen. Aber der hat doch auf mich geschossen. So, danke. Das wusste ich doch. Meine Güte. Du sagst ja drei Jahre, Alter. Du könntest bloß, bis ich einmal abgeklemmert habe. Der hat doch auf mich geschossen, Digga. Oh mein Gott, ey. Oh Mann, ey. Gut. Wunderschön. Recht jetzt, ey. Okay. Nie wieder vertraue ich irgendwem. ronprinckern. Das wusste ich. Vielen Dank.